Moin, Servus, herzlich willkommen zurück zum 4001 Streams Westworld Podcast. Heute geht es um Folge 9 der zweiten Staffel Virus auf Deutsch. Ich bin Nono, wie immer. Und ich bin der heisere Kayvan. Das war jetzt echt extrem. Also ich habe meine Stimme ein bisschen kaputt geschrieben auf einem Festival für vier Tage lang. Deswegen, ja, ich höre mich ein bisschen an wie Darth Vader vielleicht, aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Und zwar, ja, es soll in diesem Podcast um folgende Themen gehen. Also die Folge hat sich ja mehr oder weniger William gewidmet. Und deswegen wollen wir jetzt herausfinden, was ist eigentlich die ganze Wahrheit hinter William? Ist er ein Host? Was ist seine Vergangenheit? Und so weiter. Wollen wir jetzt an dieser Folge festnageln. Außerdem wollen wir wissen, wer wird eigentlich im Staffelfinale gegeneinander kämpfen? Welche Fronten werden da aufeinander treffen? Und dann eine eher unangenehme Frage. So sehr wir Westworld lieben, die Serie hat ein Problem, das sich vor allem jetzt in dieser Folge gezeigt hat. Und das große Westworld-Problem wollen wir deswegen auch in dieser Folge erörtern. Von daher viel Spaß beim Zuhören. So, Spoiler-Warnung. Ich weiß nicht, schaut überhaupt jemand den Podcast an, wenn er die Folge noch nicht gesehen hat? Wir wissen es nicht, aber zur Sicherheit nochmal, wie gesagt, die obligatorische Spoiler-Warnung. Hier wird gespoilert, was das Zeug gilt. Und jetzt geht's los. Auf jeden Fall, genau. Und wie immer, ihr findet uns auf iTunes, Soundcloud und auf YouTube. Und auf YouTube findet ihr auch nochmal ein bisschen Visualisierung zum Podcast dazu. Bei Hintergrundinfos. Richtig exklusiv. Nein. Ja, okay, was meinst du, wie sollen wir vorgehen? Sollen wir, ja. Erstmal Fazit, wie immer. Ich will erst mal wissen, wir haben noch gar nicht drüber geredet eigentlich, noch nicht richtig, weil, wie gesagt, wir waren, ich war weg, ich hatte kein Internet und du hast die Folge schon einen Tag früher gesehen. Ich habe sie erst heute gesehen, also heute ist Dienstag. Ja, ja. Ganz frischer Eindruck bei dir hier. Ja. Frisch vom Markt sozusagen. Das ist mir jetzt umso interessanter. Was ist jetzt so dein Eindruck nach einem Tag und nach ganz vielen Notizen? Dann komme ich zu meinem Eindruck. Ja, also ich habe die Episodenkritik bei uns geschrieben auf 4001 Previews und ich bin, ich meine, man kann bei der Serie nicht davon reden, von Enttäuschung reden, ne? Ich meine, ich finde die ganze Staffel extrem stark, also wirklich, wirklich super, super, super stark. Vielleicht sogar eine der besten zweiten Staffeln überhaupt von irgendwelchen Serien, die ich so kenne. Also, aber die ganzen Erwartungen jetzt, die sich so langsam, so stückweise aufbauen, und die hat jetzt die neunte Folge, Virus heißt die außerdem, Vanishing Point in Englisch, hat sich bei mir nicht so ganz erfüllt. Also, ich habe gerade eben nochmal unseren Podcast von letzter Woche reingehört und da haben wir auch gesagt, so, ja, ganz sicher wird Folge 9 und 10 geht ab die Post und richtig Action und so und, also nicht, dass ich nur Action will, aber die Folge hat mich ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Aber darüber, wenn wir jetzt ausführlich reden, denke ich, warum? Ja, also ich sehe es auch ähnlich eigentlich, also nach der letzten Folge, das war meine Lieblingsfolge der neunsten Staffel, war ich schon ziemlich gehypt auf die neunte Folge, vor allem in Erinnerung daran, wie atemberaubend geil die neunte und zehnte Folge von der ersten Staffel waren. Und umso komischer finde ich, dass die neunte Folge, die bestbewertete auf einem DB ist der neunsten Staffel. Also, anscheinend stehen wir beide mit unserer Meinung eher alleine da, dass wir sagen, dass die neue Folge eher eine der schwächeren war der neunsten Staffel. Weil ich sehe das auch so, also, sie hat mich nicht enttäuscht, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet und ich habe halt ein paar kleine, ja, paar kleine Nitpicks zu machen, die mich ein bisschen gestört haben, die ich vielleicht irgendwie ein bisschen besser erwartet hätte. Na, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Ähm, aber, ja, das ganze Fazit, darauf kommen wir ja ganz am Ende nochmal zurück. Vielleicht ändern sich ja unsere Meinungen, vielleicht entdecken wir erst das Genie der Folge im Laufe der Diskussion. Ähm, was meinst du, sollen wir irgendwie Szene für Szene, Handlungsstrang für Handlungsstrang vorgehen? Ich bin so ein bisschen unschlüssig, wie wir uns heute an der Episode in Langhang hangeln. Sollen wir einfach so in der Vergangenheit anfangen, dass wir wirklich so am frühesten Punkt den frühsten Handlungsstrang nehmen und dann immer weiter in der Zeit vorgehen? Also, zum Beispiel anfangen mit den William-Rückblenden und dann gehen wir über zum William in der Jetzt-Zeit und dann zu Bernard. Der Rest. Und dann der Rest, ja, genau. Können wir machen. Dann fangen wir eigentlich gleich von vornherein fast chronologisch an, ne? Als fängt ja die ganze Staffel, äh, Entschuldigung, ich sag immer Staffel, die ganze Episode fängt ja an mit einem Flashback. Ist ja eigentlich kein Flashback, aber mit einer, ähm, ja, Vergangenheit, einer Rückerinnerung an... Ja, so eine Party, wie sich alle eine Party von reichen Menschen vorstellen. So voll das Klischee irgendwie. Ja, sehr Klischee, das hab ich auch gedacht. Im Hintergrund dudelt so ein bisschen klassische Musik. Es scheint in einem Schloss stattzufinden, nicht mal eine Villa und alle trinken ihre Prosecco, was weiß ich. Ja, ja, es ist halt nicht alles wie ein Heavy-Metal-Festival, ne? Also es tut mir halt leid, ne? Ja, ja, schon. Aber ich mein, ist es wirklich so? Tun reiche Leute wirklich nur so feiern? Wie auch immer. Es kommt mir manchmal nur so vor wie so ein bisschen so ein Filmklischee, weißt du? Wie so ein Klischee, was es mehr im Film gibt als in der Realität. Aber wie auch immer, wir wollen jetzt nicht so was aufhängen. Naja, auf jeden Fall, was passiert? Also wir sehen, das Interessante ist, wir sehen halt in dieser Folge das erste Mal den meinen Black William, also den alten William, so richtig in der echten Welt, außerhalb von Westworld. War ganz interessant, über was sie sich da unterhalten. Also William und der andere, was weiß ich, Geschäftsmann. Ja. Irgendjemand ist, also die reden ja über Zitate von Alexander dem Großen. Ja. Hast du noch den Wortlaut im Kopf? Nee, Herr Miller, nicht zitiert. Es geht um Plutarch. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere, war Plutarch quasi ein, oder als definitiv ein griechischer Philosoph, der zusammen mit Alexander dem Großen quasi, oder Alexander dem Großen sogar unterrichtet hat. Ich weiß es nicht. So bewandert bin ich nicht mit der griechischen Geschichte. Weil ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was William eigentlich erreichen will. Was will er eigentlich erreichen, außer Fort die Stirn zu bieten? Was will er machen, wenn er am Belly Beyond ist? Oder soll er das später besprechen? Ich schiebe es vielleicht nochmal ein kleines Stück nach hinten, weil wir kommen dazu auf jeden Fall. Alles klar. In wenigen Minuten. Aber vielleicht einfach eine kleine Notiz noch zu dieser Szene, der ersten Szene. William fasst sich an den Arm, in dem Moment, wo er sich nicht beobachtet glaubt, fasst sich an den rechten Unterarm und massiert sich. Oder fasst sich dort an, als ob er nach einem USB-Anschluss sucht, den eigentlich alle Hosts in ihrem rechten Unterarm haben. Das heißt, als ob er quasi in dem Moment ein bisschen Zweifel daran hat, ob er menschlich ist oder ob er vielleicht doch auch ein Host ist. Ja, also er ist wortwörtlich paranoid. Fort hat ihn zu dem Paranoia getrieben. Ist auch klar, wenn man sich so lange im Westworld auffällt. Oder er sich wahrscheinlich eher selber halten. Ja, oder so. Also ich meine, wenn wir eine Sache aus dieser Staffel lernen, äh aus dieser Episode lernen, dann ist es, dass William einfach Realität und Fiction einfach überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein Indiz, dass eben, das geht ihm nicht nur so, wenn er im Park ist, sondern auch, wenn er außerhalb des Parks ist, dass er einfach nicht ganz, er sieht dann ja auch in der einen Kellnerin, sieht er Dolores ganz kurz. Ja, genau. Ganz schön, ganz schön geschnitten. Also auf jeden Fall, nehmen wir mal mit aus der Szene, ähm, William, Williams Realitätssinn ist nicht der Beste. Ja, aber ich meine, es ist auch irgendwie legitim. Also ich meine, ist ja eine berechtigte Frage, ob er real ist oder nicht. Also ich würde mich die Frage auch stellen, wenn ich umgeben wäre von Hosts, die sich bewegen und denken wie echte Menschen. Ja, auf jeden Fall. Wunderlich, dass es nicht, dass es nicht noch mehr Menschen so geht wie ihm. Dass sie alle so krass damit zurechtkommen, einfach in einer Welt zu leben, für einen Urlaub, die sich von der jetzigen Welt kaum unterscheidet. Jetzt ein bisschen wie das Höhlengleichnis von Platon. Genau, ja. Aber das werde ich jetzt vielleicht nicht hier noch austreten. Wir wollen ja keine Philosophie-Stunde draus machen. Nee, ich glaube, da könnte ich auch nicht mit überzeugen. Ähm, ja. Bleiben wir lieber bei Westworld, das ist schon philosophisch genug. Was war denn in der nächsten Szene? In der nächsten Szene springen wir in den Park wieder. Nee, nee, aber lassen wir doch mal, bleiben wir doch bei der Vergangenheit, oder? Ja, bleiben wir bei der Vergangenheit. Also, wir sehen dann in der nächsten Szene, sehen wir eigentlich schon, ähm, sehen wir schon das Gespräch zwischen Dr. Ford und... Und Dr. Ford hat wieder einen ganz mysteriösen Auftritt. Also, ich finde es immer lustig, wie sie Ford einführen in eine Szene. Da kommt immer so aus dem Nichts. Ja. Wie so eine Art, weiß nicht, Engel oder Dämon oder irgendwas Übernatürliches, was dann plötzlich im Raum steht und keiner hat gesehen, wie er da reinkam. Ja, es ist ein bisschen so ein Mephisto, so ein Bäm aus dem Nichts, so, ups. Es ist ein bisschen übertrieben, finde ich, manchmal. Ja, vor allem deshalb, also, ich mag ja gerne, wenn er irgendwelche Sachen zitiert, das ist ja schon nochmal ganz lustig, aber sie können es auch ein bisschen runterfahren. Ich glaube aber, in der Szene ging es eigentlich, ne, er hat jetzt nicht wieder angefangen, komische Zitate zu verwenden, oder? Äh, nee, ich glaube nicht. Es war eigentlich ein ungewohnt, finde ich, direktes Gespräch. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir Dr. Ford eigentlich, haben wir Dr. Ford über, wir sehen ihn eigentlich extrem selten mit echten Menschen reden, oder? Hm, ja. Gute Frage, eigentlich. Ja. Sehen wir ihn eigentlich nicht die ganze Zeit nur mit, würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber es scheint wirklich, er redet ja eigentlich fast nur mit Haus, eigentlich die ganze Zeit, oder? Also in der zweiten Staffel vielleicht, aber in der ersten nicht. Nee, der ersten hat auch mit Theresa geredet. Achso, nee, okay, Blödsinn, ja, sorry. Stimmt, ja, ja, klar. Stimmt. Naja, wie auch immer, wir sind Ford und die zwei unterhalten sich. Genau, unterhalten sich und Ford gibt ihm eine Karte. Oder, kann man es Karte nennen? Ist es mehr wie ein USB-Stick? Ein Speicher, 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 Stick, ein Speicher-Stick. Und die Oberfläche sah aus wie das Mace ein bisschen, oder? Ja, oder wie so eine Computer-Platine oder sowas. Ganz interessant. Könnte auch so eine American Express Card sein oder so. Vielleicht hat das ja mehr so wahrgenommen, dass es so eine Mace-Referenz ist, weil da ist ja das Profil seines Verstandes drauf. Und er reicht ihm das sozusagen rüber, wie ein Spiegelbild seines Verstandes. Ich frage mich nur, ob er Dr. Ford darum gebeten hat, dieses Profil zu bekommen, oder ob es Dr. Ford mehr oder weniger als Erpressung macht. Dass er sagt, ey, ich weiß genau Bescheid, wie du richtig tickst. Ich glaube, es ist nochmal ganz anders. Und zwar endet in dieser Szene, diese Szene endet ja damit, dass Dr. Ford quasi sagt, ja, quasi vermutlich die Idee hat, ein Spiel zu entwickeln für das Game, das William ja jetzt auch gerade spielt im Park. Und ich kann mir vorstellen, dass er was anderes bezwecken möchte mit dieser Karte. Und zwar, das Interessante ist, wir sehen ja in dieser ganzen Staffel, in dieser, ach Mann, wo sage ich immer Staffel? Sorry. In dieser Episode sehen wir ja, wie William in der echten Welt ist. Und wir sehen, dass ihn die ganze echte Welt quasi eigentlich als Wohltäter ansieht. Es gibt, glaube ich, so eine Auszeichnung, Spendengala oder sowas für ihn. Also wir sehen ihn als liebenden Vater. Philanthrop, ja, genau. Genau, Philanthrop auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass Dr. Ford, der ja eigentlich als einziger, außer eben noch Logan, eigentlich ja die richtige, die echte Seite von William kennt, diese dunkle Seite, die er ja nur im Park auslebt, dass er vielleicht dadurch, dass er ihn konfrontiert mit dieser Karte und mit Williams Bösartigkeit, dass er ihn vielleicht zum Guten bekehren möchte. Und dass das dann ihn dazu bringen möchte, dass er sein Projekt, sein Geheimprojekt beendet. Hm, aber warum sollte es deswegen beenden? Ich meine, das Geheimprojekt ist ja nochmal was anderes. Das ist ja nicht der Grund, warum diese philanthropische Spendengala abgehalten wird. Nein, genau, aber warte, du missverstehst mich. Der Witz an der ganzen Sache ist doch, in dieser Szene, was wir quasi rauskriegen, ist, dass es eine Vereinbarung gibt, dass Delos hält sich aus Ford Storylines raus und Ford hält sich aus Delos Valley Beyond raus. Valley Beyond, also aus der Archivierung von Gästen und deren Bewusstseins, wie auch immer. Und diese Koexistenz, wie ja Dr. Ford sagt, funktioniert nicht mehr. Er sagt, dass Delos hat, wie auch immer, quasi das Abkommen gebrochen. Und wenn er dadurch, dass er jetzt quasi William konfrontiert mit dem, was er verbrochen hat, mit seinem, zeigt, wie schlecht sein Projekt eigentlich ist, indem er ihm am eigenen Leib zeigt, was eigentlich alles an persönlichen Daten erfasst wird, das ihn dazu bringt, quasi dieses ganze Ding zu killen. Was William ja auch in der Ende der Episode sagt, der MLB. Er sagt dann ja auch so, ja, ich gehe jetzt los und will den ganzen Park, ich will den gar alles zerstören. Hm, ich weiß nicht. Ja, das ist ja auch legitim. Also ich habe es mehr so wahrgenommen, als ob es so der typische Weg ist, wie Dr. Ford Macht beweist. In dem er sagt, ja, ich weiß alles über dich. Ich decke dich vielleicht auf, aus deiner, ja, Maskerade als Philanthrop. Und damit würde er auch dann wahrscheinlich indirekt dem Geheimprojekt beim Verde Beyond schaden. Wenn William entlarvt wird sozusagen, dann würde ja auch das Projekt, sein Geheimprojekt zerbrechen irgendwie. Ja. Vielleicht könnte man so unsere beiden Theorien irgendwie verbinden. Weil, wie gesagt, für mich war das nicht ganz ersichtlich, warum Dr. Ford da die Karte über den Tisch geschoben hat. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall mal vielleicht in der nächsten Szene nochmal drüber reden. Sollen wir mal, sollen wir mal weiterschauen? Ja, dann geht es weiter nach Hause zu William und Juliette. Genau, Juliette ist ja irgendwie betrunken. Und Juliette konfrontiert ihn. Wir sehen jetzt eigentlich die Szene, die wir eigentlich schon öfters zitiert bekommen haben. Und zwar, ja, beschuldigt sie ihn, eigentlich ein schlechter Mensch zu sein, einen dunklen Kern zu haben. Aber es hat sich, ich weiß nicht, diese Szene hat sich für mich mehr wie ein, in Anführungszeichen, normaler Ehestreit angefühlt. Weniger wie ein Alkoholproblem oder so. Also, ich weiß nicht, ich hätte es... Du meinst so deine normalen Ehlenstreitze? Ja, noch bin ich nicht in einer Ehe. Unsere Ehestreitze, ja. Ja, also, nee, ich weiß nicht, also, dieser Konflikt zwischen Juliette und William, der war für mich irgendwie nicht ganz greifbar. Ja, also, ich hätte mal dieses, also, ein alkoholisches Problem, das ist einfach viel krasser als das, was da dargestellt wurde, ich weiß nicht. Und ich weiß noch nicht, inwiefern das, also ihr Alkoholproblem was zu tun hat mit den Anschuldigungen, die sie gegenüber William hat. Dass er neben ihm irgendwie ein Heuchler ist und dass er vorgibt, die Familie zu lieben, obwohl er es nicht tut. Also, was ist da der Zusammenhang zu ihrer Alkoholsucht? Also, ich meine, sie sagt diese Sachen und dann kommt Emily runter und sagt, nein, William ist nicht krank, du bist krank, wegen deinem Alkoholproblem. Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist, ich glaube, man kann es nicht so ganz schwarz-weiß sagen, ne? Also, erst mal, wenn sie natürlich wirklich ein Alkoholproblem hat und so scheint es ja auch irgendwie zu sein, weil sonst würde sie ja auch keine, keine Klinik irgendwie so für längere Zeit offensichtlich, ja, in Therapie nehmen. Also, irgendwie sowas scheint wohl da zu sein und es kann ja auch sein, dass sie dadurch dann so ein bisschen ihre, sagen wir mal, ihre Realität oder so verzerrt ist. Aber nichtdestotrotz ist es ja so, und das wissen wir ja als Zuschauer mit am allerbesten, dass William, und es gibt ja später auch zu, ja wirklich auch einen dunklen Kern in sich hat. Und dieser dunkle Kern, der wächst. Und wenn du natürlich der, sagen wir mal, mehr oder weniger lebenslange Partner, das ist sie ja schon, bist, dann mit so jemandem zusammenlebst, den du, den du nicht, nicht, mit dem du nicht richtig reinsehen kannst, aber spürst, dass da was Dunkles, was Gefährliches ist. Also, ja, also ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen. Ja, nee, das kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß nur nicht, welche Rolle das Alkoholproblem spielt. Genau, also ich weiß nicht. Wie auch immer. Ich fand es, ich fand nur diese ganze Familiendynamik zwischen den drei, die fand ich ein bisschen arg konstruiert und hat sich für mich irgendwie nicht so natürlich angefühlt. Obwohl alle Schauspieler wirklich gut gespielt haben, kann man nichts sagen. Ja. Auch Emily hat mir diesmal ziemlich gut gefallen. Ja, die wird immer besser, finde ich. Ich fand interessant, vielleicht noch eine Notiz zu der Szene. Er bittet ja, oder was heißt bittet, er fragt Emily schon auf der Party, ob sie nicht bei ihm übernachten möchte, damit sie quasi so ein bisschen so Vater-Tochter-Zeit haben oder sowas. Ähm, und Juliette, die Mutter, beschuldigt ihn ja dann und meint dann, ja, das hätte er Absicht gemacht, weil er wüsste, dass die zwei einen Streit haben und er einfach dann Juliette vorführen wollte, wie böse Juliette ist. Also quasi, dass er das Ganze bewusst gemacht hat, diese ganze Szene quasi provoziert hat, um Juliette auf seine Seite zu bringen und eben, äh, Entschuldigung, um Emily auf seine Seite zu bringen. Oder war der selber nicht, ähm, die, oder war der selber einfach nicht wollte, dass er derjenige ist, der sie einweisen muss, sondern dass Emily sich darum kümmert, dass die Mutter eingewiesen wird. Hm, ich glaube, das, ich glaube, damit hat er nicht so viel Skrupel, aber, aber es, es kann auf jeden Fall sein und das haben wir ja beim MIB ja schon öfters gesehen, der ist auf jeden Fall ein krass manipulativer Typ, genauso wie Dr. Ford, ja, und es sich einfach dieses Manipulativer einfach hier auch wieder zeigt, das wäre ja schon auch denkbar. Allerdings, wenn man dann den Worten von Juliette glaubt und wenn es sich als, und der Man in Black, der William tut es ja bestätigen, dass alles, was Juliette denkt, wahr ist, dann tut ja William auch nicht seine Tochter lieben. Weil Juliette sagt ja, so, nicht wortwörtlich, aber sie sagt, du liebst weder Emily, du liebst, und du liebst auch nicht mich. Also warum sollte, ähm, William so ein Interesse daran haben, Juliette gegen ihre Mutter aufzuhetzen? Äh, nee, umgekehrt, Emily gegen ihre Mutter aufzuhetzen. Naja, das ist ein bisschen, das ist einfach, das ist ein gigantischer Großkonzern mit extrem viel Geld da drin, ne, und, ähm, das, da wirst du natürlich dann irgendwie auch deine, deine Fronten absichern. Es geht ja auch um Erbe und so, und wenn du natürlich, ähm, wenn du als, als Ehepartner, ich weiß natürlich nicht, wie das genau aussieht, aber als Juliette, die ja auch, ähm, die Tochter von, von, von James Delos ist, also die wird ja sicher auch irgendwelche Firmenansprüche haben. Und wenn er sie, wenn er, ähm, seine Tochter Emily auf seine Seite zieht, dann kann er Juliette vielleicht eher irgendwie, eher besser entthronen, ne? Ja, stimmt, das macht eigentlich Sinn, weil, ähm, Juliette redet ja auch dann in der Szene, in dem Streit beim Eingang darüber, dass William wie ein Virus ist, was jeden in der Familie befällt. Erst James Delos, dann, ähm, Logan und dann sie selbst. Ja. Also er macht alle krank um sich herum, sozusagen. Und, äh, und letztendlich, ja, äh, verursacht er, dass dann wie alle sterben, ne? Lustigerweise dann, oder auch nicht lustigerweise, erfüllt sich diese Prophezeiung ja auch und Emily ist dann ja auch wirklich die Nächste. Ja. Also, er ist schon fast wieder tot, wie der Man in Black eben, der Reaper. Ja, genau, der Sensenmann. Ja. Ähm, ja, ich würd sagen, dann kommen wir doch gleich zu der grandiosen, wie ich finde, Esszimmer, Schlafbazimmer-Szene. Das ist doch die Nächste, oder? Ja. Ah, nein, es gibt noch eine ganz schnelle davor, ähm, wie, äh, der MIB Juliette ins Bett bringt und die Chipkarte versteckt. Ähm, und wir sehen, was ich eigentlich ganz schön fand, wir sehen ihn mal sehr anders in dieser Szene. Und zwar sehr, er kümmert sich, finde ich, sehr, sehr liebevoll um seine Frau, die er ins Bett bringt. Ähm, sie zudeckt, ähm, sie, nochmal, ich glaube, er küsst sie, glaube ich, auf den Kopf oder streichelt sie. Ähm, sehr interessant. Und sie, ein ganz anderer MIB, als wir ihn kennen. Ob das jetzt gespielt ist oder nicht. Ja, sagen wir nicht gespielt aus. Nee, ich sah, ich hab's ihm abgenommen, ja. Und entweder wäre das jetzt eine Story-Schwäche, dass wir als Zuschauer nicht nachvollziehen können, warum William eigentlich so desinteressiert an seiner Familie ist. Oder es ist Genialität, weil Juliette meint ja auch, dass William der Einzige ist, der seine Maskerade in dem Business wirklich gut beherrscht. Und dass sie die Einzige ist, die da durchschauen kann. So gut, wahrscheinlich ist das so gut, dass selbst wir als Zuschauer seine wahre Seite nicht ganz erkennen. Aber ich meine, andererseits war das ja ein, war ja ein privater Moment. Also sie hat, glaube ich, auch schon geschlafen. Also sie hat eigentlich gar keinen Grund gehabt, irgendwie zu spielen. Also ich glaube, ich glaube schon, dass dann gewisse Restliebe zumindest irgendwie noch da ist, ne. Oder dass er auch vielleicht irgendwo auch, dass er auch irgendwie immer noch eine gute Seite hat. Ja, das sowieso. Aber wie auf jeden Fall, ja, sorry. Er versteckt ja dann die Karte im Buch. Genau, ja. Also diese Chip-Karte. Ja, ja. Sein wahres Ich, sozusagen. Die Frage ist, warum macht er das? Also will er wirklich... Also irgendwie ein komisches Versteck, ne? Ja, also er macht das ja, um, also um seiner Frau zu zeigen, wer er wirklich ist. Damit sie das entdeckt, das Buch aufschlägt und dann sich seine... Meinst du? Ja, warum sollte es... Ich weiß nicht, ich dachte... Ich habe das auch nicht ganz verstanden. War das nicht auf der Seite von ihr, von, auf ihrer Schlafzimmerkommode, wo er das ins Buch versteckt hat? Ja, 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 ja. Oder war es irgendwo anders? Weil wenn es auf der Seite von ihr war, dann hat es da wirklich amtsählte Dinge gemacht. Es war am Fußende, es war am Fußende auf der anderen Seite des Raumes. Okay, also in dem Fall, dann hätte es wahrscheinlich wirklich versteckt. Ja. Vor seiner Frau. Anderenfalls hätte er es da hingetan, damit sie es sich anschauen kann. So als Geständnis mehr oder weniger. Dass er es später auch wirklich wortwörtlich abliefert. Ich hätte fast... Es wäre auf jeden Fall interessant, da ich... Ich glaube, da können wir nochmal vielleicht auch auf die nächste Folge warten, ob wir da noch mehr sehen. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass es einfach kurz schnell loswerden wollte und dann vielleicht sich nachher drum kümmert. Aber interessant auf jeden Fall, ja. Also was du gerade meintest. Es könnte ja sein, dass er wirklich genau das will, dass sie ihn verlässt oder dass sie sich sogar umbringt, damit er sie endlich los ist. Wer weiß. Auf jeden Fall sind wir danach im Esszimmer. Und der MIB und Emily, seine Tochter, unterhalten sich darüber, dass sie dann wohl die Mutter wieder einweisen müssen. Schwierige Sache. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war echt bei der folgenden Sequenz von Bildern echt fasziniert. Also grandios gefilmt. Und zwar das ganze Drama beginnt mit einem Tropfen, der vom Kronleuchter auf den Tisch tropft. Und dann in so leichter Zeitlupe geht dann hier William die Treppe hoch, steht dann in der Tür. Und ist dir jetzt aufgefallen, wir sehen eigentlich gar nicht so wirklich richtig, wie, zumindest nicht sehr ausführlich, wie Juliette in der Badewanne liegt, wo sie sich irgendwie mit Medikamenten gekillt hat. Und ich glaube auch, hat sie sich aufgeschnitten irgendwie, die Pulser dann? Ich weiß nicht, ich sah kurz so aus, aber dann irgendwie auch nicht. Weil eigentlich nicht, weil in der ersten Staffel tut ja William darüber sprechen, dass man dachte, dass seine Frau die falschen Pillen genommen hat. Aber er weiß, dass es Selbstmord war. Also wahrscheinlich waren es wirklich nur die Pillen. Aber wie auch immer, was ich großartig fand, dass dieses ganze Drama, also es war ja echt eine, ich finde eine der tragischsten Szenen der ganzen Staffel, das Drama hat sich alles in dieser Nahaufnahme von Williams, von Ed Harris Gesicht abgespielt. Aber was ich hier schade fand, war, dass die Szene sofort wieder vorbei war. Man sieht, wie William da ankommt und dann ist es vorbei. Aber das meine ich gerade. Ich finde, es hat irgendwie alles gesagt. Ja, nee, fand ich nicht. Also ich habe da nicht den emotionalen Impact gefühlt. Ich hätte gerne noch gesehen, wie er wirklich dann noch vielleicht irgendwie auf sie zugeht und wie er das Ganze verarbeitet. Das hätte vielleicht noch etwas mehr über seinen Charakter verraten, als dass man einfach nur kurz sieht, wie er da ankommt und dann ist die Szene vorbei. Ich meine... Weil ich meine, kannst du aus der Szene jetzt sagen, ob er wirklich traurig ist oder ob er vielleicht erleichtert ist? Also ich finde, ich finde, das war, wenn du, wenn du in sein Gesicht geschaut hast, also es war so eine leicht, leicht untersichtige Kameraeinstellung, so eine, so eine große, nahe, wie auch immer, war, war wirklich geschockt. Also das siehst du ihm auch an. Und ich finde, man sieht ihm auch an, dass er... Ja, es ist vielleicht jetzt nicht die allergrößte Liebe, die da von ihm gegangen ist, aber er ist auf jeden Fall geschockt und auch zu einem gewissen Maße auf jeden Fall auch traurig entsetzt, wie auch immer. Und wenn es auch nur ist, dass er die Kontrolle verloren hat, wenn es auch nur das ist. Aber ich finde, in seinem Gesicht geht echt grandios was ab, ja. Ich hätte trotzdem, ja gut, aber ich hätte trotzdem gerne gesehen, wie sich diese Szene ein bisschen mehr ausspielt. Ja. Also mir ist eigentlich gerade gut gefallen, dass es eben so ein bisschen subtil war und nicht so plakativ so. Ne, er muss ja nicht plakativ sein, aber ich mag es nicht, wenn man aus solchen Impact-Momenten zu schnell wegkattet. Wenn man dann das zu schnell abbricht und dann wieder weiter zu anderen Szenen geht, die gar nicht in den emotionalen Kontext passen. Ich weiß nicht genau, was die nächste Szene war. Danach ist der Übergang, ist ziemlich grandios gefilmt. Wir sind danach wieder auf diesem Evakuierungsplatz und sehen, starten mit so einer unscharfen Perspektive von einem Baum. Die Kamera fährt so zurück und dann ist dann auch Williams Gesicht und dann unterhalten er und Emily sich. Ah, okay. Ja, dann war der Cut auch nicht so hart. Ne, der Cut war, musst du dir nochmal anschauen, der Cut war richtig, richtig gut. Okay, ne, da war es ein anderer Cut, der mir nicht gefallen hat. Der kommt später. Darauf komme ich später nochmal. Ähm, ja, wie auch immer, er findet seine tote Frau. Und außerdem, was wir auch noch vielleicht in diesem Handlungsstrang auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ist, dass Emily sich auch eine Teilschuld zumindest an dem Tod ihrer Mutter gibt. Also sie ist ja in dieser Folge, in diesen Flashbacks, in diesen Erinnerungen ist sie auf jeden Fall wirklich sehr, sehr bestimmt und sagt, ja, wir müssen irgendwie die Mom in die Psychiatrie bringen oder in die Geschlossene. Und, ja, und gibt sich auf jeden Fall ein großes Maß der Schuld auch selber. Aber sie war ja nicht schuld. Zu dem Zeitpunkt. Also die größte Schuld tut sie ja zum Beispiel, also man sieht ja in der Gegenwarthandlung mit William und seiner Tochter, wie Emily über diese eine Geschichte mit der Spieldose spricht. Mit der Ballerina, die sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen hat, die sie sofort weggeworfen hat und sie denkt halt, dass sie damit ihre Mutter total verletzt hat. Und dass es damit vielleicht auch irgendwie angefangen hat, dass ihre Mutter depressiv wurde oder was eben zu diesem Selbstmord gefühlt hat. Aber wir haben ja dann später in dem Vergangenheitshandlungsstrang gelernt, dass diese Spieldose nicht weggeworfen wurde, sondern dass die Mutter die Spieldose aus dem Müll geholt hat und sie bei sich in der Schublade versteckt hat. Und als sie die rausholt, lacht sie auch so ein bisschen wie, naja, meine süße Emily, so in die Richtung. Also sie ist nicht beleidigt und tut dann darin... Ja, aber es kann ja trotzdem, also... Aber es geht ja darum, trotzdem um Emilys Handeln, also trotzdem, so wie sie gehandelt hat, war halt einfach nicht... War natürlich vielleicht nicht richtig oder wie auch immer. Aber es geht einfach darum, dass sie halt ihre Mutter in den Ort einweisen wollte, wo sie nicht hinwollte und dann kurz danach begeht sie Selbstmord. Also da würde sich, glaube ich, jeder Vorwürfe machen. Ja, schon. Ich meinte mehr, weil Emily eben zu William in der Gegenwart sagt, also diese Geschichte erzählt mit der Spieldose. So als Aufhänger, mehr oder weniger. Ja. Aber sie lässt halt ein entscheidendes Detail weg, nämlich, dass sie die Spieldose anscheinend wieder gefunden hat und dass sie darin das Profil von William gefunden hat. Ja, stimmt. Das sagt sie ihm ja nicht und das ist ja dann später auch ihr Verhängnis. Ja, das stimmt. Warte mal, bevor wir jetzt aber wirklich in diesen Gegenwartshandlungsstrang reinhüpfen, wir haben noch eine Szene, auch eine wirkliche Schlüsse-Szene. Und zwar am Ende dieser Episode sehen wir nochmal einen Flash-Flashback sozusagen, während sich der Men in Black quasi in Westworld die Pistole an die Schläfe hält. Da sehen wir, wie er sich nochmal erinnert, wie er wieder am Bett von Juliet sitzt und er ihr quasi gesteht, während sie vermeintlich schläft. Oder ich glaube, sie schläft dann sogar wirklich, ja, dass sie recht hat, dass er in sich einen dunklen Kern sieht. Ich habe mir leider das Zitat, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Hast du es dir irgendwie notiert, was sie sagt? Was er sagt? Ähm, nee, aber er sagt halt in dem Sinne, dass alles, was sie gesagt hat, wahr ist. Dass er nicht in diese Welt gehört. In die echte, ja. Dass er nicht in die echte, ja, also in die für sich, die für ihn echte Welt ist eben Westworld. Ja, und, ja, ich fand die toll, die Szene. Ich fand die, auch wenn ich Kritik habe an der Episode einfach, dass er so nicht so wirklich viel zum Haupthandlungsstrung beigetragen hat, war gerade diese Szene, fand ich wirklich grandios, dass wir einfach nochmal wirklich ein bisschen mehr über dieses, diese Fassade, Men in Black, diese, diese verschlossene, wandelnde, schwarze Kiste, ja. Ach, von der wir einfach ja nicht wirklich viele Einblicke bekommen haben, bis wir diese Szene bekommen, das ist schon ziemlich cool. Und wir sehen auch in dieser Szene, sehen wir nochmal so eine, ganz kurz einen Erinnerungsblitz an die erste Staffel. Und zwar, als der junge William begreift, nachdem er ja irgendwie bis ans Ende des Parks ist, um Dolores zu finden, etc. Und dann findet er Dolores, wie sie quasi wieder auf ihrem alten Loop ist und mit Teddy schnackt, wo der dann quasi einfach diese Macht des Parks begreift und dann eigentlich mit dem Park in Liebe fällt. Genau, und in diesem Moment ist dann wahrscheinlich auch der Men in Black geboren. Ja, genau, ja. Der einfach, ja, zum Psychopathen heranwächst, weil er denkt, dass einfach nichts echt ist und dass er sich alles erlauben kann, weil alles sowieso nur ins Spiel ist und die Hosts sowieso kein Bewusstsein haben. Aber was ich auch interessant fand bei der Szene war, also bei der Flashback-Szene, wie William am Bett mit seiner Frau sitzt, ob er da wirklich ein Geständnis abgeliefert hat oder ob er das nur gesagt hat, weil er dachte, dass sie schläft und eh nicht zuhört. Ja, ich glaube, es war eher so ein Geständnis vor sich selbst. Ja, mehr Geständnis vor sich selbst, würde ich auch sagen. Ja, aber auf jeden Fall eine irgendeine irgendwie geartete Art von Geständnis, ne? Ja. Ja, damit wären wir dann auch am Ende dieses Handlungsstranges in der Vergangenheit und würde ich sagen, bleiben wir kurz beim MLB, beim Men in Black, richtig? Ja, der eigentlich kein einziges Mal Men in Black genannt wird in der Serie. Warum nennt man den eigentlich so? Ja, ich finde es vor allem so albern, dass auch die offiziellen Quellen, also wenn du irgendwelche Interviews mit Autoren oder Regisseuren oder so weiter von Westworlds liest, dann sagen die auch immer MIB. Ähm, ich weiß nicht. Also ich versuche eigentlich zumindest in unseren Kritiken immer William zu schreiben. Ja, ich glaube, es kommt halt daher, da man in der ersten Staffel den Men in Black noch nicht als William angeben konnte, weil es ja am Ende der große Plot-Twist war, dass er dieselbe Person wie William ist. Ja. Deswegen hat sich das so eingebürgert, ein bisschen. Ja. Aber ja, nennen wir ihn William. Komm. Der gealterte William. Naja, auf jeden Fall geht's los, ähm, nach dem ersten Flashback quasi, wir sehen, wie Emily und der Men in Black am, an einem, ja, Evakuierungspunkt, an einem, so wie, sieht ein bisschen aus wie so ein Feuersammelpunkt oder so, wie die sich da quasi versammeln. Und Emily hat offensichtlich, ähm, um Hilfe gerufen und irgendwie wohl auch den MIB ein bisschen aufgepäppelt. Es passiert ja nicht ganz so viel in diesem, dieser, dieser, ähm, Evakuierungspunkt-Szenerie, aber es sind ja schon ein paar Szenen, ne? Wie viel? Was? Es sind drei, drei Szenen. Was nämlich jetzt zuerst passiert ist, dass, ähm, Emily sagt quasi zu, zu Men in Black, dass er im Park ist, um sich zu bestrafen. Und das fand ich einen ganz interessanten, interessanten Punkt. Also du hast ja am Eingang dieser Episode, dieser, dieses Podcast, hast du ja gefragt, was ist die Motivation vom MIB? Und eine Option auf jeden Fall, und es sagt Emily zu ihm, ist wohl, dass er sich selber bestrafen möchte für das, was er getan hat. Da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Ich glaube, es ist halt einfach mehr eine Realitätsflucht. Ich weiß nicht, ob es, ich habe es bis jetzt nicht als Bestrafung unbedingt gesehen, sondern mehr eben wie ein Eskapismus, der ihn ablenkt von dem Scheiß, dem ihm zu Hause passiert ist. Also von mir aus auch von seiner Schuld. Von seiner Schuld als Ehemann. Ja, aber es ist ja, aber es ist schon so ein bisschen Bestrafung, ne, weil während, ich meine, jetzt sind ja die, die Stakes real, also jetzt, wenn er jetzt irgendwie im Park angeschossen wird, wird er auch wirklich angeschossen. Und das ist dann alles irgendwie nicht mehr so lustig, ne, also er kann ja jetzt wirklich sterben. Und, ähm, ich meine, welcher, welcher Mensch mit Überlebenswillen würde sich in dem Umfeld bleiben? Ich meine, er hatte ja in der letzten oder vorletzten Episode, hatte er wirklich die Chance zu entkommen. Und hat sie nicht angenommen. Er wollte im Game bleiben, im Park bleiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so eine Suicide Mission ist. Ja, ja, das sowieso. Das ist ja. Ja, ich habe es nur nicht als Bestrafung gesehen, deswegen. Also ich habe es mehr eben wie eine Realitätsflucht anerkannt, die William, der sowieso keine echten Ziele mehr im Leben hat, weil er alles nur noch als Spiel sieht, die William eben noch den letzten Kick vor seinem Tod geben soll. Also ein letztes großes Ziel, nämlich fortzuschlagen. Und sonst hat er eh nichts mehr zu verlieren. Schauen wir mal weiter, was Emily dann auf jeden Fall auch noch sagt, ist, dass es nicht zu spät sei. Also sie empfindet auch Schuld, das sagt sie da auf jeden Fall. Sie empfindet Schuld für den Tod ihrer Mutter. Und sie sagt aber auch, dass es nicht so spät sei für die beiden. Aber, wie wir dann in der nächsten Szene, glaube ich, schon erfahren, ne? Ja, sie hat ihn verkackereiert. Das stimmt einfach alles nicht, was sie gesagt hat. Ja, weil sie weiß ja mittlerweile, dass William dran schuld ist und weniger sie. Genau, weil sie hat ja sein Profil gefunden, diese Karte. Sie weiß quasi alles über ihren Vater. Vielleicht drehen wir mal kurz über das Profil, weil es, auch wenn es erst später so richtig visuell zu sehen ist. Ich habe einen Screenshot gemacht, warte. Ja, ich auch. Schauen wir uns den beidem an. Aber auf jeden Fall, ähm, sehr lustig. Also ich habe es stehen, ähm... Ich blende den in dem YouTube-Video jetzt einfach auch mal rein, dann könnt ihr einfach mal selber reinschauen. Hier steht Paranoid Subtype. Also er hat eine paranoide Persönlichkeitsstörung. Er hat Delusions. Das heißt, er ist psychotisch desillusioniert und Persecutory Subtype. Ich glaube, deine Interpretation war jetzt gerade nicht so ganz, ganz, ganz psychologisch richtig. Aber, ähm, so Pi mal Daumen auf jeden Fall. Nee, das steht hier. Das steht hier Wort für Wort. Ja, deine Übersetzung war nicht ganz, ganz akkurat. Dann klär mich auf. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, 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 ich muss, ich muss nur so rumpienzen, weil ich mal für ganz kurze Zeit Psychologie studiert habe und dann dachte, oh Gott, im Himmel. Und dann habe ich es dann wieder abgebrochen. Deswegen bin ich so ein bisschen pienzig. Ich weiß es nicht. Nee, aber es gibt ja diese, bist du sicher, also Paranoid Subtype ist für mich ziemlich sicher die paranoide Persönlichkeitsstörung. Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja diese Subtypen von Menschen, glaube ich, diese Paranoiden, die Neurotischen. Ja, aber das stimmt ja auch alles nicht mehr. Das ist alles uralte Psychokacke. Okay, aber naja, wie auch immer, ich weiß es auch nicht, aber er ist auf jeden Fall Paranoid. Das können wir, glaube ich, auf jeden Fall unterstreichen. Aber was ich jetzt noch wissen wollte, was ist Persecutory nochmal? Das ist quasi, wenn du Verfolgungswahn hast. Ah, okay. Ja, also das passt ja auf jeden Fall auch. Und dann haben wir eben noch diese, diese Delusion, das sind Wahnvorstellungen. Also das ist quasi, ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr interessante Analyse von unserem MIB. Ich finde, Größenwahn oder sowas wäre eigentlich vielleicht auch noch, obwohl, das ist eigentlich eher Dr. Ford, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass er Größenwahn, das er nicht ist. Was ich noch lustig finde, ist, dass dieser Persönlichkeitstyp sozusagen extrem selten ist. Rare steht da. Und zwar kommt dieser Typ nur zu 0,0072 Prozent vor. Ja. Also, ähm, ja, MIB, du bist ein Unikat, freu dich. Ja, aber eigentlich, also hier dieser Persönlichkeitstyp, der sagt ja eigentlich jetzt nichts unbedingt Verwerfliches oder Bösartiges über William auch, sondern er ist halt einfach krank. Ja. Also nach dieser Persönlichkeit zu urteilen. Er ist ja jetzt hier nicht unbedingt ein Psychopath oder ein Sadist oder ein Narzisst. Deswegen, vielleicht hätte seine Frau, als sie dieses Profil gelesen hat, ein bisschen mehr Verständnis zeigen sollen, oder? Hm, vielleicht. Andererseits sehen wir ja auch in diesen ganzen, ganzen Videoschnipps, dann sehen wir ja ganz schön heftige, heftige Ausschnitte von, wie er eigentlich im Park umspringt. Also wir sehen einen Ausschnitt, den kennen wir ja auch aus der ersten Staffel, ähm, wie, ich glaube sogar aus, das ist sogar die erste Folge, glaube ich, ne? Wie William, ähm, Dolores vergewaltigt, ähm, also das sind schon alles so nicht jetzt ganz ohne Szenen. Also ich glaube, wenn du die sehen würdest von deinem Ehemann, dann, dann, dann fühlst du dich auch nicht mehr sicher im, im Schlafzimmer mit ihm. Ja, aber machen das denn nicht alle in Westworld? Ich dachte, das wäre so die Idee hinter Westworld, dass man alle diese verbotenen Dinge tun kann. Also warum überraschtest du dich noch so krass? Ja, aber ich glaube, ja, vielleicht, aber, aber trotzdem, wenn, come on, also ich weiß nicht. Ja, natürlich, ja. Würdest du, würdest du in Westworld trotzdem ja einen vergewaltigen? Also ich hätte da freiwillig keinen Spaß dran, ne? Aber ich meine, das sehen wir ja schon seit einer Staffel, dass genau eben das passiert in Westworld. Deswegen überrascht es mich nur ein bisschen, dass die Frau, also dass Juliette so derart überrascht ist jetzt über das wahre Ich ihres Ehemannes. Aber ich meine, er übertreibt ja schon, ne? Also ich glaube, Westworld wird ganz sicher nicht, ähm, wird ganz sicher nicht angepriesen als ein Ort, in dem du alle Hosts vergewaltigen sollst, sondern es ist halt ein Ort, in dem es Prostituierte gibt, mit denen du ganz normalen Prostituiertensex haben kannst, ohne dass sich jemand dafür irgendwie judgt oder sowas. Also du würdest es, und wenn dann halt irgendwelche Sachen passieren, wie hier Vergewaltigung, dann hält man das unter, ja, hält man das quasi geheim oder erwähnt es nicht wieder, ne? Das ist dann quasi so Diskretion. Wie auch immer, so oder so, wenn du das siehst, ja? Also ich meine, du könntest ja in Westworld auch einfach nur auf den Pferderückenlicht setzen und den Horizont Sonnenuntergang reiten. Ähm, so das zu sehen, ist glaube ich schon ein Schocking. Ja, das war schockierend genug, dass sie sich dann Minuten später in der Badewanne umbringt. Ja. Und, aber wenn wir jetzt auf jeden Fall mal wieder zurückgehen, ähm, wir sind quasi in der zweiten Szene zwischen Emily und dem MIB. Sie konfrontiert ihn auf jeden Fall in dem nächsten Schritt, und das ist eigentlich das Entscheidende, sie konfrontiert ihn mit seinem Geheimprojekt. Sie sagt, dass sie Bescheid weiß über dieses Unsterblichkeitsprojekt, sie weiß Bescheid über das Valley Beyond, und sie sagt, dass sie, ähm, ein Teil davon sein möchte. Das heißt, sie möchte mit in dieses Geschäft rein. Und für mich scheint es so, ja. Und sie sagt ja auch, dass dadurch Menschen eine zweite Chance bekommen, zum Beispiel auch Mom. Genau. Aber, ich glaube, und das sollten wir jetzt einfach sagen, sie spielt einfach nur. Und das ist eigentlich dann dieses, dieses für mich komplett, äh, oder dieses zentrale Zitat einfach in dieser, dieser Episode ist, dass sie sagt, ähm, ein bisschen später, I'm not a host pretending to be human, Dad, I'm your daughter pretending to give a shit about you. Und jetzt erfahren wir endlich eigentlich Emilys Mission, und zwar, was sie machen möchte, ist, sie möchte ihren Dad quasi aus dem Park holen, damit er quasi der normalen Justiz übergeben werden kann. Also zusammengefasst, Emily kümmert sich um ihren Vater, sorgt sich um ihren Vater, und hat nur so getan, als ob sie sich nicht um ihn kümmert. Richtig? Okay, dann, 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 äh, nehme ich alles zurück, was ich bisher gesagt habe. Weil ich dachte einfach, dass, ähm, naja, aber hä, aber ich habe doch trotzdem recht, weil sie sagt doch dann auch, ähm, später quasi wirklich, dass sie, also wenige Sätze später, dass sie den MIB quasi für seine Verbrechen vor Gericht bringen möchte. Ja, aber das ist mehr so ein Gerechtigkeitsding, glaube ich. Naja, aber trotzdem, wenn du, wenn du, wenn du wirklich dich nur irgendwie, ich meine, also da ist ja nicht mehr so, so viel große Liebe oder Solidarität ihrem Vater gegenüber, was ja auch moralisch gesehen richtig ist. Ja, aber auch keine Gleichgültigkeit mehr, also wenn sie, wenn ihr Vater ihr total egal wäre, dann würde sie auch nicht diese Gerechtigkeitsmission starten, und ihn für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Ich muss allgemein, ich muss allgemein sagen, mir hat doch dieser Dialog nicht so gut gefallen. Ich fand ihn ziemlich hölzern und ziemlich, schon fast plakativ ein bisschen. Jetzt musst du mal kurz hier, fass du mal bitte zusammen, was wäre jetzt, ähm, was ist denn jetzt hier Sache mit Emily? Weil jetzt bin ich verwirrt. Also, Emelies übergeordnetes Ziel, also das echte Ziel von Emily ist, ihren Vater zur Rechenschaft zu ziehen, vor Gericht zu stellen für seine Taten. Und das Immortality-Projekt auch, ne? Ja, genau, und das Sterblichkeitsprojekt. Und dafür tut sie erstmal Lügen, um sich ihrem Vater anzunähern und zu sagen, hey, ich will dich ja nur rausbringen und so weiter. Ja. Aber in Wirklichkeit, wie gesagt, hat sie das Gegenteil vor. Okay. Aber sie, aber ihr Vater ist sie eben nicht egal. Das stimmt auch nicht. Okay, gut, okay. Dann, dann, dann habe ich es jetzt zumindest verstanden. Ja. Aber wie auch immer, sie bezahlt auf jeden Fall damit mit dem Leben. Ja, ist es so. Ich weiß nicht, also. Ja, klar. Ich meine, wir sehen doch, wie sie, wie sie, äh, wie sie gescannt wird. Ja, schon. Also der Nackenscan bedeutet ja, ist sie ein Host oder nicht. Ja. Bei William sehen wir, dass er cleart ist, heißt, er ist kein Host. Bei Emily sehen wir es nicht. Echt nicht? Ja, nee, man sieht es nicht. Und deswegen geht William wahrscheinlich auch davon aus, beziehungsweise er bekommt nicht die Bestätigung, dass sie echt ist. Und das schießt sie dann. Nein, nein, nein. Ja, ich glaube, er denkt aber wirklich, dass sie echt ist oder es geht so schnell für ihn. Ja, schon. Guck mal, wenn er, wenn, wenn er dann irgendwann merkt er ja, dass er seine Tochter erschossen hat und dann schon sein Gesicht, also da, da ist nichts mit, dass er denkt, das war nur ein Host. Ja, nee, nee, ich meine nur in der Sekunde, in den Sekunden, bevor er sie erschießt. Ja. Da denkt er, es wäre Forts Spiel. Und es hat ungünstig gelaufen, denn sie sagen nicht, ob Emily cleart ist oder nicht. Nach ihrem Nackenscan, wissen wir nicht, vielleicht ist sie ja ein Host. Ja. Die Bestätigung haben wir bis jetzt ja noch nicht. Also ich glaube es nicht. Aber für William war das nicht Bestätigung genug und da hat er schon davor mehr oder weniger geglaubt, dass sie eben ein Host von Ford ist. Und deswegen, ja, schießt er ihr in den Bauch, glaube ich, oder? Oder war es die linke Brust? In die Schulter, glaube ich. In die Schulter. Ja. Normalerweise ist mein Film immer nur dann tot, wenn man die linke Schulter trifft. Oder den Kopf. Von daher meine Zweifel, ob sie wirklich weg vom Fenster ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine, also wahrscheinlich sogar die tragischste Szene der überhaupt der ganzen Serie, oder? Ja, sehr. Also es hat wirklich sowas richtig von so einem griechischen antiken Drama, um den Bogen zum Anfang der Episode wieder zu schließen. Also ich war natürlich erst mal geschockt, aber ich war auch großen Respekt, weil ich finde, solche Momente musst du erst mal erschaffen, ja? Also das gelingt, finde ich. Das hat wirklich so eine Gravität einfach, ja. Ja, aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin schon hatten. Nämlich, dass mir manchmal einfach der Übergang zu schnell geht in die andere Szene. Also wir sehen, wie William Emily erschießt. Er geht hin, checkt sie, will sie gerade an ihrem Arm checken, ob sie da diesen USB-Stick hat oder was auch immer da bei den Haus drin ist. Und entdeckt dann nämlich die Karte, also sein Profil in ihren Händen. Was bedeutet, sie hat die Spieldose von ihrer Mutter gefunden und sie weiß Bescheid darüber, dass William eben diese Gräueltaten begangen hat und welche Person er wirklich ist. Und William dachte ja zuerst, dass Emily nur deswegen über sein Profil Bescheid weiß, weil Ford sie steuert. Aber dabei weiß sie ja deswegen darüber Bescheid, weil sie das Profil gefunden hat von ihrer Mutter. Also ziemlich ungünstig gelaufen für Emily. Aber jetzt zurück zum Punkt. Jetzt haben wir hier diese krass emotionale Szene, eine der dramatisch sind überhaupt. Und sie schneidet wieder sofort nach ein paar Sekunden weg. Man sieht wieder nicht die Realisation. Ich meine, aber jetzt meine ich, was willst du denn sehen? Ich will sehen, wie William damit umgeht, dass er gerade seine echte Tochter erschossen hat. Ich will die Realisation in seinen Augen sehen. Wie er denkt, oh fuck, oh fuck, was habe ich getan? So ein bisschen zehn Sekunden Nahaufnahme seines Gesichts von mir aus, die diesen Gedankenprozess in ihm zeigt. Weil die Szene, die ist sofort zu Ende und dann geht es zur nächsten Szene, die überhaupt nicht in den emotionalen Kontext dieser Szene passt. Ich glaube, die nächste Szene ist eine im Labor bei Maeve. Aber ich meine, wir sehen ja ganz stark eigentlich, also du hast, das ist ja, es passiert vielleicht nicht in dieser Szene diese Reflexion darüber, was er getan hat. Aber du bekommst es dann ja auch in seiner nächsten Szene, wo er dann auch sogar Flashbacks hat und sich an seine Tochter als kleines Kind erinnert, an schönen Momente mit ihr. Ja, aber da ist schon der Impact weg von dem Moment. Ja. Also ich, ich... Dieser Schock. Ja. Aber er ist, diese Nahaufnahme, wo er quasi rafft, dass sie kein Hose ist, ist ja auf jeden Fall lang, ja? Zwei Sekunden, drei Sekunden. So, ich habe sie alle offen. Das sind... Auf jeden Fall zehn Sekunden. Das ist ja auch wurscht, wir müssen ja nicht die Sekunden zählen. Aber ich finde, ich meine, klar, ich verstehe, was du meinst. Ich kann mir auch vorstellen, dass halt der Man in Black ist halt so eine krasse Figur, dass es auch schwer ist, ihn so zu inszenieren in so einem totalen Moment der Fassungslosigkeit. Also ich meine, es kann halt richtig nach hinten losgehen, wenn der MLB auf einmal da sitzt und dann in Heulkrämpfe ausfällt oder ausbricht oder sowas, ja? Aber diese Realisation in seinen Augen, finde ich, die ist schon auf jeden Fall da. Ja, also, wie gesagt, ab zu passend. So oder so, auf jeden Fall. Für mich wurde der dramaturgische Bogen einfach gecuttet von der Szene irgendwann. Also nach ein paar Sekunden, wie gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie noch länger geht, aber... Bisschen einfach, ja. Aber so oder so auf jeden Fall grandioser Storytelling-Einfall habe ich nicht erwartet. Hat mich auch geschockt, ja. Hat doch schon fast was, ein bisschen von Game of Thrones. Obwohl, fuck, wir wollten ja eigentlich nicht mehr Game of Thrones-Vergleiche machen. Keine Game of Thrones-Vergleiche. Keine Game of Thrones-Vergleiche mehr. Wir machen jetzt nur noch Westworld-Gam-O... Nee, andersrum. Wir vergleichen nur noch Game of Thrones mit Westworld. Oder so. Ja, genau. Oder so. Ja, ich glaube... Lass uns dann zur Finalszene mit ihm springen. Und zwar... Oder den, ja... Den zwei Finalszenen. Und zwar, wir sehen dann... Ich habe aufgeschrieben, den M.I.B. auf H.I.B. Man in Black auf Horse in Black. Er reitet nämlich dann irgendwie wieder in die Prärie und hält sich dann seinen Cold an den Kopf und überlegt sich, das Gehirn wegzublasen. Jetzt, wo er seine Tochter umgebracht hat. Aber... Die Folge ist sehr selbstmordlastig irgendwie. Ja, das ist so das übergeordnete Motiv. Und dann sehen wir ihn noch einmal in der vorletzten Szene der ganzen Episode. Und da schneidet er sich den Arm auf. Und er will nachschauen quasi, ob er ein Host ist oder nicht. Also das schließt auch nochmal den Bogen zu der ersten Szene mit ihm in der Vergangenheit. Und ja, jetzt die große Frage, Kevin. Ist der ein Host oder ist der kein Host? Also es wäre ziemlich lahm, wenn er einer wäre. Also ich wäre da echt ein bisschen enttäuscht. Ja, definitiv. Das wäre irgendwie so ein lamer Plot-Twist. Aber das hast du mal ganz knapp sammeln. Was spricht dafür? Was spricht dafür, dass er ein Host ist? Wir hatten ja schon mal diese Theorie. Ich glaube, zu Folge 3 oder 4 oder ein bisschen später vielleicht, dass William gerade auf einem Fidelity-Trip ist. Auf einem... Wie haben wir es auf Deutsch übersetzt? In einem... Wiedergabetreue-Trip. Ja. Dass mit William genau dasselbe gemacht wird, wie mit James Dettos damals. Nämlich, dass man James Dettos auf einen Loop schickt, um ihm immer Wiedergabe getreuer zu machen. Und vielleicht macht man das gleiche mit William in Westworld. Es wäre für mich ein bisschen weit hergeholt irgendwie. Ein bisschen arg konstruiert. Aber ich meine, bei Westworld weiß man nicht. Naja. Ich, ähm... Was vielleicht auch dafür spreche. Es wäre zumindest eine Erklärung, ähm, würde, würde, würde sich... Oder eine Sache würde Sinn machen, wenn er ein Host wäre. Und zwar, was mich wahnsinnig aufregt, ist dieser alte Mann von, keine Ahnung, 70, 80 Jahren, dass der wie, weiß nicht, wie so ein Stehaufmännchen 10.000 Kugeln wegsteckt. Also, ähm, er hat einfach in der, in der, in der siebten Episode hat er einfach einen Bauchschuss bekommen. Ich meine, Bauchschuss ist einfach, ist einfach in den meisten Fällen einfach tödlich. Und zwar nicht einfach irgendwie Wochen später, sondern halt relativ schnell. Und, ja, er ist in der ganzen Staffel, auch schon in der letzten Staffel, so oft angeschossen worden. Und eigentlich nie, zumindest haben wir nie richtig, äh, wir haben es, glaube ich, noch einmal gesehen, wie er ein bisschen verarztet wird. Klar, vielleicht hat ihn, äh, vielleicht hat ihn irgendwie Emily auch gerade so verarztet oder so. Es sah ein bisschen so aus. Aber trotzdem, also ich meine, ganz ehrlich, also entweder ist das einfach echt scheiße und das ist, sag ich, die einzige Sache, die mich wirklich aufregt an Westworld, oder er ist halt wirklich ein Host. Dann wäre es eine Erklärung, aber dann würde es nämlich aufregen, dass er ein Host ist. Ja, das wäre halt ein aufgewärmter Plotfest. Ja, genau. Den wir schon mindestens zweimal jetzt gesehen haben hier in Westworld. Ja. Also, nee, es macht doch eigentlich nicht wirklich Sinn. Ich finde die, also ich finde die andere Version viel schöner, nämlich, dass William einfach paranoid geworden ist. und dass er eben komplett den Bezug zur Realität verliert, sozusagen. Also, die Hosts gewinnen ihre Realität, sozusagen, auf ihrem Selbstfindungstrip und William als echter Mensch verliert die Realität. Hm. Naja. Er weiß nicht mehr, was echt ist und was nicht. Und wir wissen es auch nicht mehr. Natürlich erfahren wir es nicht in der Folge, weil wir sehen nicht, was William da unten in seinem Arm findet. Na klar. Ah, Cliffhanger. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir es auch in der nächsten Folge nicht erfahren werden. Nee, jetzt wahrscheinlich ist es genau so ein Ding, was sich dann in die neue Staffel reinschleppt. Das wäre wieder eine elegantere Version. Ja. Mit diesem Story-Element umzugehen. Ähm. Aber sehen wir mal davon ab, von der Theorie. Ich würde sagen, schließen wir jetzt hier einfach mal, auch der Zeit wegen mal, den Man-in-Black-Handungsstrang ab. Und hüpfen wir mal schnell, schnell. Oder bevor wir weiterhüpfen, warte, wir können ja, wir haben ja angeteasert, dass wir beide ein bisschen ein Problem haben mit Westworld. Ich würde es gerne zum Ende machen, wenn wir über Teddy reden. Okay. Weil es hätte ja jetzt hier auch gut gepasst. Aber machen wir es auch. Wir haben, es gibt eine Szene zwischen Clementine und zwischen Hale, Charlotte Hale und Clementine. Ähm. Und zwar ist es schon die vierte Szene der ganzen Episode. Und zwar sehen wir da, wie, ähm, oder wir haben erfahren quasi, dass es dem Delos-Personal gelungen ist, dass diese Fähigkeit, die Maeve hat, nämlich über das Mesh-Netzwerk andere Hosts quasi zu steuern, dass sie diese, diesen Kotbrocken quasi extriert haben und in Clementine eingepflanzt haben. Und wir sehen in einer äußerst brutalen Szene, wie ich finde, wie, ähm, Clementine, ja, zu einer Waffe wird. Ja, ziemlich unheimlich vor allem. Alter, wie krön. Fast schon wie so eine Nekromantin oder wie ein Dämon oder ein Geist, ja. Das hat mich eher so ein bisschen so an The Walking Dead oder so erinnert, wie in diesem Glaskasten, lauter so, so komische Monster sind, die sich gegenseitig umbringen. Ja, das auch. Hatte auf jeden Fall, war mächtige, mächtige Szene und ist ja auch ein bisschen so ein Foreshadowing, ne, für die, für das Staffelfinale. Ja, genau, also Clementine versus Maeve wahrscheinlich. Genau. Was ich aber nicht... Weil der Park will ja Clementine einsetzen als die Superwaffe. Gegen die restlichen Hosts. Genau, indem sie dann einfach alle Hosts in ihrer Umgebung dazu bringt, sich gegenseitig umzubringen. Und dann hat sich das Problem für Delos geklärt, ne? Ja. Also die ist auf jeden Fall eine Superwaffe, das kann ich sagen. Aber Maeve wird damit ja auch auf jeden Fall alles andere als zufrieden sein, weil wir wissen ja, dass Maeve und Clementine, Maeve hat sie eigentlich immer auf Clementine aufgepasst. Das wird ein sehr emotionaler Konflikt, ja. Das würde auf jeden Fall interessant, wenn das das Battle ist. Was ich aber nicht ganz verstehe ist, wir haben, ich hab's leider nicht mehr ganz im Kopf, wir sehen ja in der letzten Episode, wie Clementine stirbt, richtig? Schon, oder? Sie wurde zumindest mehrfach angeschossen. Genau. Und es gibt ja auch irgendwie keine Backups mehr und sowas. Und wenn ihre Pearl, also ihr Gehirn quasi kaputt gegangen ist in diesem ganzen Prozess, dann ist es jetzt ja gar nicht mehr Clementine eigentlich. Nee, nee, aber ihr Kopf wurde nicht getroffen. Okay, also das kann nicht schon sie sein einfach, ne? Ja. Okay. Ist immer noch dieselbe. Aber sie wurde ja schon lobotomiert in der ersten Staffel. Sie wurde was, bitte? Von daher kam sie ja nie wirklich zurück als volle Persönlichkeit, sondern mehr wie ein Halbtoter, wie ein Zombie, mehr oder weniger. Ja, die hat echt was Zombiehaftes angesetzt, ja. Naja, auf jeden Fall, jetzt ist sie wirklich so ein Zombie, der die anderen infiziert. Also wenn irgendwer nicht dem Staffelname, dem Episodenname wirklich gerecht tut, dann ist es sie, ne? Virus. Ja, also offiziell wird es wahrscheinlich eher an William liegen, dass William eben der Virus in seiner Familie war. So wird es auch wörtlich gesagt, du bist wie ein Virus. Aber die Metapher funktioniert auf mehreren Ebenen. Also auch für Clementine. Wer hätte das gedacht bei Westworld? Gibt es doch nie was, was nur einfach funktioniert. Ja, hast du noch was zu sagen zu der Szene? Hm. Nee, hatte ich nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall an, wie das aussehen wird, wenn dann wirklich Armeen von Hosts sich gegeneinander zerfleischen. Aha, es wird, ähm. In welchem Film gab es das nochmal, wo Leute komplett durchdrehen? Hä? Ey, warte, warte, was war das nochmal? Mich erinnert das ja mal ein bisschen, das haben wir ja schon mal gesagt. An Jessica Jones. Ah, stimmt. Kingsman, die berühmte Kirchenszene. In dem Samuel L. Jackson dieses, was ist das, ein Gas oder so, freisetzt. Ach nee, nee, das sind diese Chips, diese USB-Chips in den Handys, die irgendwelche Signale aushalten, sodass sich alle anderen gegenseitig umbringen. Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Daran hat es mich ein bisschen erinnert. Oh Gott, nur ein besser. Ähm, nee, das ist nicht, die Kingsman-Szene war legendär. Das war eine der besten Existenzene. Ja, ich kann wieder nicht mit dir und über Kingsman diskutieren hier. Das kriegen wir uns hier in die Haare. Ja, der zweite war nicht mehr so gut, aber der erste war gut. Aber egal. Wir kommen zuerst mal zu Bernard ist dann die nächste Szene. Und zwar, Bernard steht in irgendeinem Korridor in den Westworld, in den Facilities von Mesa, in der Mesa. Und Ford sagt, das ist eine ganz große Szene, er sagt in seinem Kopf quasi, der ist ja ein blinder Passagier in Bernard und er sagt, dass er noch was vorhat. Aber was? Ja, ganz einfach. Und zwar, dann sehen wir ja, wie Bernard geht dann zu Maeve. Und das ist jetzt eine interessante Szene, finde ich. Weil Dr. Ford sagt auf jeden Fall zu Bernard, dass Maeve ihn quasi anzapft und eine Nachricht, ein Datenpaket oder sowas für Bernard zurücklässt. Ja, mehr oder weniger ihn selbst. Aber es war doch so rum gemeint, oder? Dass Maeve etwas an Bernard rüberkopiert, oder? Nee, nee, umgekehrt. Okay, ja, dann macht es Sinn. Dann habe ich das falsch verstanden. Dann macht es Sinn, also auf jeden Fall genau, dass Bernard sich, äh, Dr. Ford sich kopiert irgendwie. Ja. Wie ein Virus steckt Maeve an. Genau, und dann ist Maeve, ja. Jetzt ist, ähm, Dr. Ford auch in Maeve drin. Ja. Als blinder Passagier. Glaubst du, es ist eine richtige doppelte Kopie? Also so eine richtige Sicherheitskopie quasi? Ja, ja, klar. Ist ja lame, wenn es da in 2 drin ist. Also die Kopien koexistieren, höchstwahrscheinlich. Oh, ich finde es irgendwie, ich finde es irgendwie nicht so geil, dass er da drin rum, rumhockt in den Hauptestern. Das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen lame, finde ich. Das ist auch einfach, finde ich, nicht, das gefällt mir auch visuell irgendwie nicht. Diese Stimme, das ist so irgendwie so ein bisschen langweilig. Wie so ein Computerspieler, der so... Ja, es ist einerseits schon eine coole Idee, einfallsreich so etwas als Code darzustellen. Also, dass ein Code in einem Host wirkt wie ein Dämon, mehr oder weniger. Aber es ist halt auch wieder schon wieder so eine total übertriebene Sache in Bezug auf Dr. Ford, der als ein übernatürliches Wesen dargestellt wird, der sich alles und jedem zurechtfinden kann. Ja, ich finde, es ist halt schon ganz nett, wenn man das mal so ein, zwei Folgen oder so hat. Aber ich hoffe, dass das jetzt nicht immer so ist. Weil es ist einfach, es ist kein filmisches Stilmittel. Also du siehst ja, sie versuchen ganz zwanghaft irgendwie das zu visualisieren. Erst in der letzten Episode haben wir gesehen, wie Ben A dann einfach, oder in der vorletzten, wie Ben A im Spiegelbild dann Dr. Ford zieht. Und jetzt in der Episode ist Dr. Ford quasi wirklich materialisiert und steht im Raum. Aber das sind, das ist was, wo das Medium Film einfach nicht so wirklich gut funktioniert für sowas, finde ich. Ja, das stimmt, ja. Und das stört mich. Und ich finde, das macht es auch ein bisschen langweilig. Aber naja, auf jeden Fall haben wir dann, vielleicht können wir das auch gleich nochmal anschließen, Bern A geht dann ja irgendwie in das Parkhaus und trifft dort wieder Elsie. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, doch in der letzten, in der siebten Folge haben wir sie gesehen, ne? Kurz nach der Cradle, glaube ich. Okay, war doch nicht so lange. Ja. Und die zwei machen sich auf jeden Fall auch auf den Weg. Wohin wollen die? Wollen die zum Valley Beyond? Ja, das war genau das Ding, was ich nicht ganz verstanden habe. Also wohin, oder Ford tut ja die ganze Zeit Bernada verwahren, dass Elsie ihnen hintergehen will. Ja, ja, ja. Aber inwiefern genau? Ich glaube, irgendwie glaube ich das nicht. Die Elsie ist so eine Liebe irgendwie. Die tut doch keiner Pflege was zu leiden, oder? Ja, also ich weiß nicht. Ich weiß weder genau, was Dr. Ford davor hat, noch was Bernhard und Elsie beim Valley Beyond nicht machen wollen. Also ich glaube, das macht doch eigentlich das Einzige, was für mich Sinn macht, ist, dass Dr. Ford will ja irgendwie schon den Host, ganz genau aus der Ghost Nation, will er ja schon irgendwie ermöglichen, dass sie quasi dieser Welt entkommen. und dass er Bernhard quasi als, ja, Werkzeug benutzt. Hm. Also er nutzt Bernhard als Körper, als Vehikel und dann eben ganz vor Ort eben mitzuspielen. Was ich mir auch gedacht habe, was ich mir auch kurz gedacht habe, war, dass vielleicht Dr. Ford Bernhard zum Pazifisten erzieht irgendwie. Alter, tut er ja die ganze Zeit anordnen, dass er irgendwelche Leute umbringen soll, auf seinem Befehl, so lange, bis Benhard irgendwann durchtritt und sagt, nein, ich will es nicht tun. Geh raus. Das kann auch sein. Aber das ist dann, boah, mein Benhard ist ja immer schon friedlebend eigentlich. Das ist eigentlich der netteste Host im Park. Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, es bringt uns jetzt auch nicht so viel weiter, die Szene, oder? Ah, doch, stopp. Sorry, sorry, sorry. Eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch ganz kurz erwähnen. Und zwar ist noch mal eine Bestätigung, das wissen wir aber auch schon seit der letzten und vorletzten Episode, trotzdem, dass, ähm, Bernhard sagt, gibt, erklärt Elsie, ähm, dass es denen quasi dieses Immortality-Projekt gibt. Erzähl nicht Wort, wirklich genau das, was wir gemeint haben, oder was wir prophezeit haben. Genau, ja, das ist, was ich meine. Also er sagt halt, dass, ähm, oder Elsie fragt dann, was, triplicating the cognition, why? Also sie, ähm, die zweite handelt sich halt genau darum, dass die Cradle, oder das Valley Beyond, ist, wie wir letzte Episode in unserem Podcast eigentlich auch besprochen haben, oder geahnt haben, das Valley Beyond ist eine Cradle für Menschen, Bewusstsein, Menschen, Mainz gibt leider kein gutes deutsches Wort dafür, Menschen werden dort gespeichert, in einer riesigen Facility, dem Valley Beyond, und, ja, und dann ist die große Frage, was wird damit gemacht? Wir wissen es nicht. Ja, also sie kann auf mehrere Weisen benutzt werden, diese Valley Beyond Waffe. Also das hatten wir ja letztes Mal schon, nochmal kurz mal als Übersicht, also die Hosts könnten das Valley Beyond nutzen, als eine neue Welt, als eine Welt, in der sie leben können, frei von den Menschen, frei von irgendwelchen äußeren Einflüssen, und es könnte aber auch als Waffe benutzt werden, nämlich von Dolores, weil eben so viele Informationen in der Cradle enthalten sind, über die echte Welt, über die echten Menschen, dass damit dann die echte Welt auch vielleicht, ja, gekonquert, also übernommen werden kann, von den Hosts. Wird auf jeden Fall, würde auf jeden Fall einst sein, ich glaube, die Cradle kann ja auch einfach, oder diese, nennen wir sie mal, die Human Cradle. Sie heißt The Forge. Ah ja, genau, stimmt. Die Schmiede. Die Schmiede, ja. Was auch ein ziemlich epischer Name ist, finde ich. Ja. Es hat sowas, so von so, gern so, nordischen Göttern oder sowas, die da neue, die neue Menschheit schmieden. Ja, das stimmt, ja. Hat sowas, ich weiß nicht, hat was so von Thor, der auf seinem Hammer da rumhaut und dann auf seinem Amboss mit dem Hammer rumhaut und dann kommen da kleine neue Menschen raus. Episch. Episches Wort. The Forge. Aber, ähm, ja, haben wir in der letzten Episode auf jeden Fall uns das Podcast besprochen, hat sich hier bestätigt. Jawohl, cool, nice. Ja, wahrscheinlich will jetzt deswegen Dr. Forge Benar zu diesem Forge, zu der Schmiede schicken, um dort zu gewährleisten, dass die Hosts vielleicht da diesen Übergang schaffen von der einen Welt in die digitale Welt der Forge. Weil Dr. Ford will ja sozusagen seine Kinder retten. Das war ja deine Theorie in der letzten, letzten Episode, ne? Ja. Dass die, die, die Hosts sich eigentlich digitalisieren wollen, was vielleicht für für eine AI-Lebewesen irgendwie Sinn macht. Ich fände das ziemlich gruselig, aber. Aber was ich dann trotzdem nicht ganz verstehe, ist dann wieder die Motivation von Dolores. Ist es dann auch dieselbe Motivation von Ford jetzt? Dass Dr. Ford auch will, dass Dolores die echte Welt beherrscht? Ich weiß nicht, ob Dr. Ford überhaupt auf Dolores Seite steht. Ja, das ist die Frage, das weiß ich auch nicht. Also, wir, wenn wir, wenn wir vielleicht nochmal eine Szene weiterhüpfen, dann sind wir nämlich genau dieses Gespräch zwischen Dr. Ford und Maeve. Und das kann uns ja auch nochmal ein bisschen Aufschluss geben bei genau diese Frage. Weil. Das war auch etwas seltsam, fand ich. Ich fand es eigentlich ganz cool, so schauspielerisch und irgendwie auch inszenatorisch, aber ich habe mir auch ein bisschen schwer damit getan. Aber das geht auch aus dem, ne? Ja, es kam so unerwartet, ne? Ja, so aus dem Nichts. So, you always were my favorite host, Maeve. Okay, und warum? Also, aber das ist, das kann ja schon sein, aber. Warte mal kurz, bevor wir, bevor wir hin und helfen. Dr. Ford ist natürlich nicht echt in dem Raum, ne? Das müssen wir nochmal sagen, sondern er ist ja der, er ist in Maeve's, Maeve's, Maeve's Gehirn, in ihrer, in ihrer Pearl, ne? Ja, aber er ist inszenatorisch im Raum drin. Genau, das war ich auch mit dem Problem. Aber, genau, und er sagt halt, ja, dass Maeve ist sein Lieblingshaus. Und ich finde, es macht total Sinn, oder? Weil, guck dir mal an, die zwei sind auch super ähnlich, eigentlich, das hätte man eigentlich schon mal früher ein bisschen sehen können. Dr. Ford ist super manipulativ, er ist eigentlich immer der, der im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Guck dir an, was Maeve macht. Sie hat das schon in ihrem Handlungsstrang gemacht, in der, in der, in dem, in dem, in ihrem Bordell, die Mariposa heißt es, ne? Da hat sie eigentlich auch immer gesagt, ihren Mädels, du gehst dahin, du gehst dahin, du machst das, du machst das. Und jetzt in der, in der Welt ist es genau das, dass sie, schau dir Shogun World an, dass sie eigentlich alle Leute beeinflusst und manipuliert. Und das ist was, was Ford auch in sich sieht, ja. Ja gut, aber das kann sie ja nur deswegen, weil Ford ihr diese Gabe gegeben hat. Erst nachhinein. Aber ich meine, aber ich meine, guck mal, so wie, haben wir ja schon mal gesehen, dass, ähm, Lee scheint ja auch irgendwie aus, ähm, ähm, Hector quasi, versucht, also sich selber abzubilden in Hector und ich glaube, ähm, Dr. Ford hat vielleicht einfach in Maeve sich ein bisschen versucht zu manifestieren. Ja, das hat er auch gesagt, er hat ja gemeint, dass alle seine Hosts dieselbe Weltanschauung, wie er haben. Ja. Das war auch ganz interessant. Weil inwiefern haben jetzt hier die Hosts dieselbe Weltanschauung, wie Ford und inwiefern haben die Hosts dieselbe Weltanschauung, wie Lee Sizemore, der die ganzen Geschichten entwickelt. Was hier ganz cool gewesen wäre, wäre, wenn Lee, sein Favorite Host, Maeve wäre und der Favorite Host von Dr. Ford wäre ein anderer gewesen und dann betteln sich die zwei irgendwie. Jetzt komme ich nicht, jetzt komme ich nicht damit. Aber, ähm, Ja, weil Lee Sizemore, das steht ja jetzt auch total auf Maeve. Das haben wir in der letzten Folge gesehen. Ach so, meinst du, ja. Hat sie total verliebt in sie. Vorletzte Folge, ja. Aber, wenn mal, bevor wir uns dann verlieren, die, die eigentliche, die eigentliche Erkenntnis ist doch eigentlich, die wir hier sehen, das ist echt eine schöne, schöne Szene, deswegen finde ich, ist, dass Dr. Ford sagt, er hat eigentlich für Maeve einen Weg vorgeschrieben, wie Maeve entkommen kann und Maeve hat sich aber für ihre Tochter entschieden und ist damit quasi, deswegen ist sie in Westworld geblieben und es spiegelt wieder, wie Dr. Ford auch ist, weil Dr. Ford ist zwar physisch tot, aber er ist trotzdem in Westworld geblieben, sagt er zumindest, weil er Maeve und die Host beschützen möchte, weil das sind seine, seine Kinder, er sagt ja auch irgendwie, das sind, du Maeve bist quasi das, was in meiner Tochter am nächsten gekommen ist. Aber das finde ich es wieder doppelt komisch, warum will er jetzt Maeve aus den Parkschiffen, während er alle anderen Hosts in die Forge, in die Schmiede des Valley Beyond retten will? Und das ist ja, das ist ja eine Neuentwicklung, er wollte ja eigentlich erst mal, oder er wollte, glaube ich, einfach Maeve so ganz, ganz normal, wie in echten Menschen halt das Leben in Freiheit ermöglichen, so wie du als römischer Sklavenhalter deinen Lieblingssklaven irgendwann die Freiheit geschenkt hast. Oder wie du Dobby in der Socke schenkst. Ich dachte doch, Dr. Ford will die Menschheit zu ihrem Ende bringen. Ich glaube, so ganz präziser er hätte es ja nicht gesagt, es ist mehr so ein Gedankenkonstrukt. Ich finde, ich finde Dr. Fords Motivation extrem undurchsichtig und sehr verwirrend. Ja, okay. Also ich weiß nicht, man könnte langsam jetzt mal echt ein bisschen Klarheit reinbringen. Ja, vielleicht hat er auch unterschiedliche Stages quasi so in seiner, in seiner Entwicklung drin. Aber auf jeden Fall ist es interessant, finde ich, einfach wie diese, diese Verbindung. Es ist, wir wollen uns vielleicht nicht extrem viel weiter, aber es ist auf jeden Fall eine interessante, interessante Erkenntnis. Und was auch wichtig, ganz kurz, was das Entscheidende ist, dass er, ist Maeve, sehen wir dann am Ende der Szene quasi wie so ein Close-Up auf dieses Kontroll-Tablet. Maeve's Mesh-Network wird wieder angeschalten und Dr. Ford hält ja eigentlich quasi wie so ein Trainer in der Halbzeitpause, hält ihr ja eigentlich eine Ansprache, dass sie quasi sozusagen den Arsch wieder hochkriegen muss. Und ja, deswegen können wir mit Sicherheit sagen, auch weil wir den Trailer schon gesehen haben, natürlich Maeve wird in der nächsten Folge auch wieder mit Spielen aktiv. Weil in den letzten zwei hat sie ja nicht wirklich viel gemacht. Genau. Und dann gibt ihr ja Dr. Ford einen Kuss auf die Stirn. Das war einerseits ganz schön, aber andererseits auch ein bisschen cringeworthy vielleicht. Also es war irgendwie so, man hat sowas einfach noch nie von Dr. Ford gesehen und es war dann so ein bisschen ein bisschen creepy. Würde das dann Dr. Ford machen? Vielleicht, ja. Aber man hat es einfach davor noch nicht gesehen. Ja. Und dann haben wir noch eine Szene zwischen Bernard und Emily, die dann auch an diesem Evakuierungsplatz ankommen und sie finden dann auch die Erschossenen, das Erschossene Delos-Personal. Genau, alles läuft zusammen. Vanishing Point, Fluchtpunkt. Genau. So heißt die Folge auf Englisch. Ja. Und das fand ich ganz interessant, weil dann ist es ja so, dass Bernard quasi rebelliert gegen Dr. Ford in seinem Gehirn endlich. Und das ist echt cool, weil Bernard ist eigentlich immer so, ist nie proaktiv. Er reagiert eigentlich immer nur, ne? Immer reaktiv ist er. Und hier ist es jetzt echt mal so, er spielt auch komplett anders, Jeffrey Wright, wie er wirklich richtig sagt, so, geh aus meinem Kopf raus, ich will dich nicht mehr, dreht richtig, richtig ab quasi und versucht dann, Dr. Ford zu löschen. Fand ich ganz cool. Ich hoffe, dass er ihn auch wirklich gelöscht hat, weil das, wie gesagt, das nervt mich irgendwie. Ich glaube, dass Dr. Ford überhaupt nicht die Absicht hatte, ewig in Bernard rumzugeistern, sondern ich glaube, er hat Bernard einfach nur wirklich als Boten genutzt, ihn aus der Cradle zu bringen und den Maeve einzusetzen. Ach so, stimmt, jetzt macht es ja Sinn, genau, weil er ist ja bei Maeve, das heißt, deswegen habe ich schon gewundert, warum es ihm eigentlich egal ist, gelöscht zu werden, weil es ging so schnell und leicht. Ja, stimmt, das macht Sinn, dann ist er wahrscheinlich halt wirklich bei, ja, stimmt. Ja. That makes sense. Ja, aber wie fandest du die, wie fandest du das? Ich fand es ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, abgestumpft oder applakativ, dieses get out of my head, ich weiß nicht. das, dieses Geh aus meinem Kopf, das war halt einfach, das sieht man so oft in Filmen. Ja. Und das hat halt schon ein bisschen so klischeehaft gewirkt, wie sich da noch so an den Kopf fasst, so, äh. Ich fand allgemein manche Dialoge einfach in dieser Folge ein bisschen holprig. Ungewöhnlich. Nicht ganz so sauber geschrieben wie in anderen Folgen. Ja. Aber ich fand es trotzdem okay, ich finde, man darf bei sowas auch mal plakativ dann werden. Aber auf jeden Fall finde ich es cool, dass er halt einfach jetzt wirklich, ähm, wie mal rebelliert endlich mal. Also, weil es ja echt so ein bisschen so ein braves Schoßhündchen hat sich ja die ganze Staffel irgendwie nicht entscheiden können, auf welche Seite steht er denn jetzt überhaupt. Was mir irgendwie ehrlich gesagt immer noch nicht ganz klar ist, wo er steht, aber immerhin hat er sich jetzt mal ein bisschen aufgewiegelt gegen, behauptet gegen, gegen seinen Papa, ja. Und dann lässt er auf jeden Fall, ähm, Elsie, stehen, in, äh, ich glaube, auf jeden Fall mit, mit guter Absicht. Ich glaube, er möchte sie einfach raushalten aus den kommenden Kämpfen. Und was er sagt ist, dass er es jetzt auf jeden Fall auf, ähm, seine Art machen möchte. Was auch immer. Das ist... The Bernard Way. Aber ich glaube, eins können wir auf jeden Fall sicher sagen, ist, er macht sich auf den Weg zur, zur Cradle, äh, zur, zur Human Cradle, wie auch immer, zum Valley Beyond. Und wird damit dann auch quasi auf dem Platz stehen im Finale. Ja, ich glaube... Um mal eine Fußball-Metapher zu, anzustrengen. Ja, das Valley Beyond ist sozusagen der Fluchtpunkt der Serie. Also, wie gesagt, auf Englisch heißt die Folge The Vanishing Point. Ja. und es läuft halt wirklich alles jetzt auf diesen großen Showdown zu an Valley Beyond. Und die Frage ist halt genau, die Frage ist, wer wird da jetzt alles gegenüberstehen? Wer wird gegen wen kämpfen? Ähm, naja, ich meine, also wie gesagt, ich glaube, was wir auf jeden Fall mal festhalten können, ist, wir haben auf jeden Fall eine Seite ist Delos. Auf der Seite von Delos wird auf jeden Fall mal die instrumentalisierte Clementine kämpfen. Das wissen wir. Dann haben wir eine Partei, das sind die, ähm, die Ghost Nation Krieger. Die stehen auf der Seite von Bernhard und Ford, oder? Genau, die stehen auf der Seite von Bernhard und Ford, so Pi mal Daumen. Und dann haben wir Dolores, die, wie wir gleich sehen werden, ja relativ alleine ist. Ähm, und dann haben wir die Host. Und dann haben wir noch Maeve. Maeve. Ja gut, dann sind es halt wirklich eigentlich so zwei Fronten und Dolores. Also, Delos und Clementine und dann haben wir noch auf der anderen Seite. Ja, warte mal, also Delos und Clementine wollen einfach nur die Lage unter Kontrolle bringen. Also, natürlich verhindern, die natürlich verhindern, dass die Host sich alle umbringen und so weiter. Genau. Bernhard, Dr. Ford, Ghost Nation, die wollen das Forge benutzen, um in die nächste Welt überzugehen, in die digitale Welt, sich dahin abzusetzen. Genau, ja. So. Und die letzte Partei, Dolores und Co., wer auch immer Co. sein wird. Ja, Dolores will eigentlich, will in die echte Welt und kommen, in die hirnische Welt. Die wollen in die echte Welt. Genau, und will eigentlich alle Menschen umbringen. Genau, und dafür die Forge, das Valley Beyond benutzen als Waffe. Ich glaube, warte mal, und wir haben noch William, nicht vergessen. Ach so. Was macht William? Der stirbt auch nicht jetzt endlich mal. Ich weiß nicht, ich muss echt sagen, dass ich das ein bisschen schlampig finde, aus Drehbuchssicht, dass wir immer noch nicht genau wissen, was macht William, was macht, was will Dr. Ford. Na ja, aber was wir, gut, verstehe ich, aber was wir auf jeden Fall hören von ihm am Ende, ist, dass er, William will, den Park und sein Projekt, sprich die Cradle, das Valley Beyond will er zerstören. Das sagt er am Ende und ich finde, das macht auch Sinn, weil er quasi im Laufe der, der letzten, seines Park auf den Hals zur Erkenntnis gekommen ist, dass er Scheiße gebaut hat, dass das amoralisch ist, was er gemacht hat. Weil wenn wir uns zurückgehen an den Willen, den alten William, der ist ja wirklich ein netter Kerl gewesen eigentlich. Also diese Entwicklung zum MIB, ich kann mir auch, weißt du, das ist ja, ich kann mir eigentlich vorstellen, der sitzt, der ist an seinem Lebensabend. Er ist wirklich ein alter Mann und ich kann mir echt vorstellen, dass er sich jetzt vielleicht auch wieder auf das besinnt, was er falsch gemacht hat und das sagte dann ja auch einfach, dass er, dass er halt den ganzen Park und alles hier abreißen will. Ja gut, das ist ja klar, aber was hat es mit dem Spiel mit Dr. Ford auf sich? Dr. Ford, der hat ja ein Spiel für William entwickelt, das William beenden will und das Spiel besteht jetzt daraus, die Cradle zu zerstören oder wie? Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Also eigentlich war das Spiel ja wortwörtlich, finde die Tür nach draußen. Ja. Aber die hätte ja schon längst finden können, indem er einfach mit dem Personal mitgeht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Also falls ihr das wisst, falls ihr denkt, warum raffen die zwei Idioten das nicht, lasst es uns wissen in den Kommentaren, was genau ist jetzt das Spiel von William? Was genau ist Dr. Ford's Absicht? Dann bringen wir wenigstens Licht ins Dunkel hier, ja. Wir haben noch eine Szene, die wir noch nicht besprochen haben, dann sind wir ja auch am Ende und zwar zwischen Dolores und Teddy oder beziehungsweise es sind eigentlich zwei Szenen, und zwar einmal wie Dolores und Teddy sich gegenüber der, auf die Ghost Nation treffen. Die haben wir ein bisschen übersprungen vorhin. Ghost Nation greift und ich habe mich auf die Szene bekannt vor. Nee, warum? Das ist dieselbe Szene, die wir als Erinnerung sehen, als Carl Strand und Co. das Gehirn des Ghost Nation Kriegers inspizieren am Strand. Ach so. Und dann die Erinnerung von Dolores sehen. Oh, ja, ja. Wie Dolores den Ghost Nation Krieger erschießt. Ja, komischerweise ist aber die Leiche und sagt, not all of us deserve it to make it to the valley beyond. Ja, auf jeden Fall, das wissen wir ja schon seit Längerem. Dolores findet nicht alle Hosts das Lebens würdig, sondern nur die, die ihren Kurs unterstützen. Ganz schön radikal, die Dame. Genau, aber Teddy sieht es anders. Teddy sieht es anders, lässt einen Ghost Nation Krieger laufen und dann kommen wir zur finalen Szene, richtig? Ja, schöne Location gewählt, finde ich. Genau, und dann auf jeden Fall, das fand ich echt eine ganz gute Szene, also Teddy hat sich ja doch eigentlich ordentlich entwickelt in dieser Episode und was wir jetzt, also in dieser ganzen Staffel und was wir jetzt ja eigentlich gesehen haben in dieser Episode ist, dass er trotz seiner, seiner, seiner Veränderung, die Dolores vorgenommen hat, dass er ja immer noch sein alter Kern immer noch da ist, finde ich. Ja, genau. Er ist immer noch, er entdeckt wieder eigentlich, dass er eigentlich ein guter, netter Kerl ist und eigentlich nichts davon hält, von Dolores Plan einfach die ganze Menschheit auszurotten. Also sein guter Samariter Programm, Code in dem drin, ist immer noch irgendwie aktiv. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er nicht wirklich böse ist, sondern er ist mehr einfach rational, aber auch irgendwie weise und einsichtig. Auf jeden Fall sieht er, weil er halt einfach sein, das fand ich ganz schön, dass das einfach nochmal aufgeklärt wurde, ähm, sein Cornerstone ist Dolores, deswegen sagt er dann ja auch, kann er Dolores nicht töten und seine, als Dolores Nummer eins Leibwächter ist natürlich seine, seine, seine Logik relativ klug und zwar sagt er einfach, ja, da muss ich mich halt selber umbringen, bam. Die Frage ist, ob er das wortwörtlich gemeint hat, ob er sie nicht umbringen kann oder ob er es nicht will. Aber er sagt ja wortwörtlich, dass es ein Cornerstone ist, also es könnte schon sein, dass Teddy in seinem Kopf immer noch dieses Programm hat, diese Firewall sozusagen, die verhindert, dass er irgendwie Hand an Dolores legt. Wissen wir nicht, aber trotzdem. Aber zumindest wissen wir jetzt, sorry, dass Teddy komplett bei Bewusstsein ist, da er sich an alles erinnern kann. Auch wie er geboren wurde und eben zu seinem Cornerstone fand, indem er Dolores in der Ecke vom Raum gesehen hat, vom Labor. Kein Wunder, wenn die da so nackt rumsteht, dass er sich dann gleich verliebt. Er hätte, glaube ich, auch noch vier andere Möglichkeiten gehabt, da standen noch ein paar andere Hosen in der Ecke. Vielleicht hat er sich ja vier Cornerstones. Du kannst ja nicht ein Haus bauen mit einem Ziegelstein. Naja. Aber ich meine, schon irgendwie logisch, warum er sich von Dolores entschieden hat. Ich glaube, sie sah am besten aus von den Hosen. Auf jeden Fall, ihr Charakter hat sich ja in jüngster Zeit nicht als der unbedingt Netteste geoutet. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Grund, weil Teddy hatte ja den Cornerstone Dolores. Das heißt, sein kompletter Charakter war um Dolores gespinnt. Und jetzt hat er Teddy in den letzten Tagen, Wochen, wie auch immer, gemerkt, dass Dolores nicht mehr dieselbe ist. Dass sie sich irgendwie verändert hat, dass sie nicht mehr nur Dolores, sondern auch eben die Rolle von Wyatt einnimmt und von allen anderen Rollen, die sie innehatte. Und dass somit vielleicht Teddy einfach seinen Cornerstone verloren hat und wie wir von Ford wissen, ist, das Schlimmste, was einem Host-Gehirn passieren kann, ist, den Cornerstone zu verlieren. Weil er dann, ja... Dann wird er halt richtig verrückt, ne? Ja, genau. Und ich glaube, dass genau das eben mit Teddy passiert ist, dass er keinen Cornerstone mehr wirklich hat und dass er deswegen keine Lust mehr hat, weiterzuleben, sozusagen. Ah, du meinst, weil quasi Dolores Bewusstseinsveränderung quasi, ihr Charakterwandel einfach, dann sie dann quasi seinem Cornerstone nicht mehr entspricht. Richtig, genau. Und dazu eben auch noch... Und dazu halt eben auch noch das übergeordnete Ziel, dass er nicht mehr nach Dolores Ansicht handelt. Dass er eine ganz andere Herangehensweise an den Konflikt hat. Dass er auch zu einem Zeitpunkt sagt, zu welchem Zweck sollen wir überhaupt leben, wenn wir viel schlimmer, wenn wir genauso schlimm sind wie die Menschen da draußen. Ja. Und darauf kann Dolores auch nicht antworten. Ja, ja, genau. Hat einfach nur den Mund offen und weiß aber auch nicht, was sie dazu sagen soll, weil sie keine Antwort hat. Weil Teddy einfach recht hat. Wie hast du, wie hast du es, so war, aufgenommen quasi, die Szene? Hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht sogar eine der besten Szenen aus der neuen Folge. Mir hat Teddy ziemlich gut gefallen, weil Teddy wirklich wie ein Verändeter und Verändeter. Also Veränderter im Sinn von geändert. Nicht verendet. Ja, ja, ja. Also er ist ein anderer Charakter, das merkt man sofort. Er ist erwacht. Also er hat wirklich in dieser Szene wie ein Mensch gewirkt und nicht mehr wie ein Roboter oder wie eine Rolle, was wir ja schon oft angesprochen haben. Ja. Er sagt ja auch, I understand it now. Ja. I understand how it will end. and where you will lead us. Er weiß jetzt zumindest schon mal mehr als wir. Und das Krasse war, dass dieser Dialog, dass er sich schon ziemlich an den anderen Dialogen, die die beiden sonst immer in ihren Loops durchgeführt haben, erinnert hat. Also der Dialog war schon ein bisschen anders. Klar. Aber im Prinzip hat er ja dieselben Bausteine wie die ganzen anderen geskripteten Gespräche zwischen Dolores und Teddy. Von wegen, ja, wir lieben uns und wir müssen abhauen und was weiß ich. Aber es wird ein bisschen umgedreht, Es wird umgedreht, genau. Genau. Weil er ja dann ja auch von diesem Natural Splendor und sowas spricht, irgendwie in Natur, was ja eigentlich ihre Line immer war. Aber ich fand's ganz cool, dass es gerade damit nochmal so ein kleines Indiz quasi an die alte Story der beiden gibt und dann zieht er, ja, die einzige Konsequenz, die er für möglich sieht und das ist der Trigger seiner Pistole. Ja. An sich selbst. Ja, gute Szene auf jeden Fall. Und diese Szene wurde auf jeden Fall mächtig abgerechnet. Aber jetzt vielleicht nochmal einen, das, lass uns nochmal jetzt hier mal über dieses Westworld-Problem, wie wir es eingangs genannt haben, quatschen. Ja, das habe ich schon mal genannt, glaube ich, das Problem. Ja. Nämlich dieses inkonsequente Umgehen mit Tod und mit, ja, wie soll man sagen, auf Englisch sagt man Termination, also Endgültigkeit. Es ist halt, also du hast halt bei, was ich, was ich, was ich dazu meine, ist, dass bei Westworld es immer wieder diese Auferstehung gibt, diese Resurrections quasi, ja. Wir, mittlerweile ist es schon so oft passiert, also zum Beispiel oder in entscheidenden Momenten wie bei Dr. Ford, aber natürlich auch immer wieder bei den Hosts, wo es ja auch Sinn macht, dass ich irgendwie gar nicht mehr so wirklich, jetzt gerade eben wieder bei Clementine, ich gar nicht mehr so wirklich damit dramatisch, das gar nicht so dramatisch finde, wenn ein Host irgendwie umkommt, weil ich damit, davon, damit rechne, dass er dann eh irgendwann wieder aufwacht. Ja. Ich meine, einerseits wird ja in Westworld dieses Problem schon irgendwie gerechtfertigt, indem man einfach sagt, dass die Serie genau darum geht, dass es nämlich um uns Sterblichkeit geht und um Digitalisierung der echten Welt, Kopien erstellen und so weiter. aber eben aus dramaturgischer Sicht braucht man trotzdem irgendwie diese Endgültigkeit, die der Zuschauer fühlen kann, dass ein Charakter wirklich echte Stakes hat, dass er wirklich, dass er Leben auf dem Spiel steht und dass, wenn er tot ist oder weg ist, dass er wirklich weg ist. Und das gibt es halt bis jetzt in Westworld noch nicht wirklich. Ich meine, man muss auch fair sein, ich meine, sie haben ja jetzt schon damit eingeführt, dass die Cradle kaputt ist, dass es für die Host quasi schon auch um was geht. Also wenn du in einem Host ins Gehirn schießt und ganz ehrlich gesagt hat es Teddy ja auch getan, dann sieht es ja schon so aus, als ob es damit auch gewesen ist. Ja, hoffentlich. Aber es hat sich halt noch nicht danach angefühlt. Es muss mir die Serie erst beweisen, dass sie damit umgehen kann. Genau, damit ich dann auch wirklich denke, fuck, 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 einer meiner Hauptcharaktere ist gerade gestorben. Weil gerade bin ich noch so, oh shit, es könnte sein, dass einer meiner Hauptcharaktere gestorben ist, aber vielleicht ja auch nicht. Und es ist nicht so, das dramatische Feeling, was du eigentlich bei einem Zuschauer erzeugen möchtest. Ja, ich meine, man könnte es ja ziemlich einfach machen. Man hätte einfach von Anfang an diese neue Idee vom Tod in Westworld einführen können, in der man sagt, okay, ein Charakter ist dann komplett tot, wenn er wirklich komplett aus dies und das gelöscht wird. Und wenn das passiert, dann ist er für immer weg. Irgendwelche Regeln festsetzen sozusagen. Bedingungen. Aber das hat Westworld eigentlich nicht getan. zumindest nicht klar, sodass der Zuschauer wirklich nachvollziehen kann, was sein Charakter machen kann und was nicht. Und bei was eben sein Leben auf dem Spiel steht und bei was nicht. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sich die Serie da jetzt auch nochmal einpendeln wird demnächst. Schauen wir mal. Ja, auch nicht. Wir haben ja schon öfters gesehen, dass er tot ist irgendwie, unser guter Teddy. Also es scheint wohl schon so, als ob er auf jeden Fall auch jetzt erstmal eine Weile lang tot bleibt. Ich meine, das ist ja nicht nur ein Problem von Westworld, sondern sehr viele Serien machen das ja, vor allem im Fantasy und Science-Fiction-Bereich, dass vor allem in den kommenden Staffeln, in den späteren Staffeln, irgendwie Charaktere recycelt werden. Wortwörtlich. Dass sie wieder auferstehen. Bestes Beispiel Game of Thrones, was wirklich knallhart mit Themen wie tot umging. aber bestimmte Charaktere kommen halt auch wieder zurück durch Magie. Einfach so. Und ganz zu schweigen von den ganzen Marvel-Filmen und so weiter. Ja, gut ist so. Ich meine, alle, die Infinity War gesehen haben, wissen, ohne zu spoilern. Ja, aber trotzdem, ich meine, eins noch, so Game of Thrones, da sterben halt auch genug Leute halt wirklich. Ja, schon. Das ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel dafür, weil die sind einfach relativ konsequent damit auch und deswegen ist die Serie auch so unter anderem so erfolgreich. Aber nochmal zwei andere Beispiele aus diesen, aus Fantasy-Franchises oder Science-Fiction-Franchises. Selbst das grandiose Herr der Ringe kann mit diesen Themen wie Toten wirklich gut umgehen, finde ich. Da steht auch, da kommen auch Charaktere wieder zurück und es sterben kaum welche, genau. Aber es gibt ein Franchise, was wirklich richtig gut damit umgeht. Weißt du welches? Nein. Das ist Harry Potter. Also in Harry Potter ist es so, wenn da jemand stirbt, dann ist er tot und die Regeln sind ganz fest und ganz klar definiert. Es können keine Menschen wiederbelebt werden. Selbst der Stein der Auferstehung ist nur eine Illusion für denjenigen, der es benutzt. Genau, ja. Und um diesen Effekt zu erreichen, dieses Dramatische, dieses Mitfiebern, dafür muss Westworld als Franchise noch ein paar mehr Regeln aufstellen. Ja, und dann aber auch konsequent einhalten, das sei das Problem. Ja, genau. Westworld hat ja schon den ersten Schritt gemacht, damit, dass die Cradle zerstört wurde. Das heißt, die Hosts haben keine Backups mehr. Das heißt, für die Hosts steht halt schon was auf dem Spiel. Wenn man ihnen in die Pearl, also in ihr Gehirn schießt, dann ist es halt finite. Und das scheint ja mit Teddy auch zu sein. Aber das wurde auch nicht wirklich angesprochen. dass halt diese Human Cradle eingeführt wird. Ich kann mir gut vorstellen, wenn es irgendwo ein Backup auch noch von Dr. von William irgendwo rumliegt. Oder ist ja auch ganz klar, auch von Emily müsste irgendwo noch ein Backup rumliegen. Also, ja. Ja gut, dann Fazit nochmal vielleicht. Also wir beide fanden die Folge gut bis stark. Aber wir hatten beide ein bisschen Probleme damit. Ich fand die Folge stellenweise, storytechnisch und dialogtechnisch etwas holprig. Nicht ganz rund. Aber es gab trotzdem sehr tolle Standout-Szenen. und vor allem Szenen, die man so nicht erwartet hat. Und ich hätte mir für eine vorletzte Episode ein bisschen mehr ein bisschen mehr einen Vorlauf zu einem grandiosen Staffelfinale erwartet, das einfach die ganze Handlung ein bisschen mehr anzieht anstelle irgendwie in der Vergangenheit zu verweilen. Auch wenn es sich das Ganze ganz nett angefühlt hat, war das, finde ich, in der neunten Episode einer Staffel zu zu spät. sowas hätte die ganze Welt in der Folge 7 oder sowas sich gut aufgehoben. Genauer Platzierung war ein bisschen ungünstig. Aber wie auch immer, der Trailer für die neue Folge, der sieht wirklich, also Nono ist so geflasht. Ja, ich bin mega geflasht. Überhaupt nicht. Ich habe den Trailer glaube ich schon dreimal oder sowas angeschaut am Stück. Ja, ich habe die Folge nicht mal gesehen und dann schickst du mir die ganze Zeit den Trailer um, geh, um, geh, um, geh. Schau das an. Der Trailer hat einfach grandios geschnitten. Ich finde, die haben einfach grandios gute Cutter. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Trailer-Awards gibt oder sowas, aber dieser Trailer hat es echt verdient. Ja, also einzig allein schon der Trailer sah aus wie ein ganzer Kinofilm. Ja, hat auf jeden Fall echt gerockt, der Trailer. Der Trailer. Trailer. In dem Trailer sieht man auf jeden Fall ganz viele Szenen, die sich höchstwahrscheinlich wieder in der Cradle befinden. Beziehungsweise in dem Valley Beyond beziehungsweise im Forge oder Schmiede, wie auch immer ihr es nennen wollt. Erkennt man ganz einfach daran, dass, wie das viele Szenen im Trailer sind, die diesen anderen Aspect Ratio haben, nämlich das Breitbildformat aus dem Kino. Ja. Und wir wissen ja, dass diese Szenen in der Cradle stattfinden. Hat auf jeden Fall. Also es wird, es wird, glaube ich, eine ganz schön gepackte Episode und wir sehen auf jeden Fall auch eine, wie zu erwarten, eine ganze Reihe von Hosts, die irgendwie vermutlich irgendwo hinmarschieren. Ja, ich glaube, man kann aus dem Trailer ziemlich viel rausholen, aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich habe den Trailer jetzt nicht irgendwie pausiert oder so, weil ich einfach nicht zu viel schon im Vorfeld wissen wollte. Ich meine, wir wissen, dass die Folge 90 Minuten gehen wird. Also wirklich schief in Länge. Oh mein Gott. Also da kann wirklich einiges auf uns zukommen. Ja. Und ich hoffe, dass die Folge wirklich rockt. Also die Staffel braucht jetzt auf jeden Fall ein grandioses, episches Mindfuck-Finale. Ich entscheide mich dann im nächsten Podcast, welche Staffel ich besser fand. Super, dann würde ich sagen, warten wir auf nächste Woche. Yo, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, sorry, ging ein bisschen hin und her, aber ja. Also folgt uns auf jeden Fall für den letzten Podcast nächste Woche für das große Finale und folgt uns auf dem Kanal eurer Wahl, nämlich entweder YouTube, iTunes, Soundcloud oder ihr geht einfach auf unsere Webseite 4001reviews.de, wo es unsere wöchentlichen Episodenkritiken gibt. Da ist nochmal jeder Podcast schön eingebettet. Genau, also wir würden uns freuen, gerne auch einen Comment oder so, was wir besser machen können. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Yo, da ist meine Stimme auch wieder viel besser und ich kriege es nicht mehr. Danke fürs Durchhalten. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.